Hallo, hallo, ich bin Hugi. Man kennt mich vielleicht vom Nerdship-Podcast, zumindest meine Stimme. Meine Zeichnung kennt man von Delphinium Prints, bin nämlich Comiczeichner. Jetzt auch ganz groß mit Teddy Boys Love am Start. Viel Spaß bei den Comic-Cookies. Cookies, Comic-Cookies, lecker. Herzlich willkommen zur 145. Ausgabe der Comic-Cookies. Und bei mir am Mikrofon der liebe Andi. Hi Andi. Aloha. Und natürlich ist auch Patrick wieder am Start. Servus. Mein Name ist Breedstorm und ich darf hier heute moderieren, weil wir uns heute mit dem Thema Comic-Salon Erlangen beschäftigen, wo wir alle drei und sogar noch unser Ehren-Cookie Andi Süd auch dabei waren. Und deswegen starten wir jetzt in diese Episode, denn der liebe Andi hat natürlich, glaube ich, am meisten gemacht in Erlangen, weil er war nämlich von morgens bis abends unerschöpflich unterwegs. Und nachdem wir mit dem Cookie-Mobil in Erlangen gelandet sind, schon am Abend zuvor hat er sich ausgebreitet. Er hatte einen eigenen Tempel, wo man ihm huldigen konnte. Wie war das für dich, Andi? Wie war es eigentlich? Also wir haben uns überlegt heute, liebes Publikum, dass wir ihr quasi keine Comics besprechen wollen. Wir werden euch hier vielleicht nochmal vom Ablauf her jetzt unser Riesen-Fazit präsentieren. Und im Anschluss kriegt ihr ganz viele Dinge noch hinten dran geschnippelt, die der vor allem der Patrick aufgenommen hat. Was das ist, muss er euch gleich selbst erzählen. Ja, und vielleicht, also ich hatte auf jeden Fall richtig gut zu tun. Es war sicher wieder das arbeitsintensivste Festival seit immer. Das vor zwei Jahren war ja schon enorm und diesmal habe ich noch einen draufgesetzt und viel gearbeitet, viel moderiert, viel Interviews geführt. Wir gehen sicherlich gleich die einzelnen Tage mal durch. Und dann kann ich ein bisschen erzählen, auch unter anderem von meinem Podcast-Studio, das ich diesmal hatte. Und zwar war großartig. Genau. Und stressig. Und sehr, sehr stressig war es auf jeden Fall auch. Patrick, wie war es so ein wenig Wort? Wie hat es dir gefallen? Ich fand es einfach nur episch, aber chaotisch, also in beiden Maßen. Es war richtig geil. Ja, Pritz, und du hast, was hast du gemacht? Soccer arbeitet. Ich habe das sehr genossen. Ich gehe ja sonst meistens eher so zwei bis drei Tage auf den Salon und dieses Jahr dann ganze vier, weil du uns ja freundlicherweise mitgenommen hast per Fahrservice. Und das war mal eine neue Erfahrung für mich, weil ich viel, viel mehr Zeit für einzelne Dinge hatte, aber unterm Strich dann doch gar nicht so viel Zeit, weil man ja eigentlich immer beschäftigt ist. Ja. Aber natürlich im Vergleich zu dir war das nichts. Ja, aber das ist dir jetzt immer so, also ich will das ja auch. Es ist ja nicht so, dass ich mich jetzt da hinsetze und mir denke so, oh, jetzt arbeite ich mal viel, weil das bringt mir viel und so. Es ist schon auch so, dass ich ja wirklich das erklärte Ziel habe mit all meinen Comic-Projekten. Ich will die Gattung Comic fördern. Ich möchte diesen Dingen, die ich da einfach sehr lieb geworden habe, irgendwie was Gutes tun, vor allem was nachhaltig langfristig Gutes. Und da sehe ich unter anderem einen Weg auch darin, so Interviews zu führen. Und du hast es ja schon angesprochen, ich hatte wieder so eine Räumlichkeit, die ich mir mitteile mit einem Professor und seinen Studierenden. Die machen dort irgendwelche Videoaufzeichnungen. Ich weiß nicht genau, wo man das sehen kann. Ich glaube, beim letzten Mal ist es sogar beim YouTube-Kanal des Salons erschienen. Also falls da wieder was kommt, dann kriegt ihr zumindest noch Bewegtbild von dem Ort, an dem ich immer vormittags saß. Donnerstags bis sonntags, jeweils 9 bis 12 Uhr. Und habe da in 20-Minuten-Slots wirklich eng getaktet, tolle, tolle, richtig tolle Gespräche geführt. Zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung sind bereits zwei Ausgaben davon beim Telestaptisch erschienen, mit jeweils fünf Interviews. Das wird also vermutlich auf acht große, ja, letztlich Podcast-Folgen beim Telestaptisch hinauslaufen. Ich möchte diesmal sehr viel schneller veröffentlichen. Also im wöchentlichen Intervall dafür kürzere Folgen und auch nicht großartig geschnitten. Also gibt es vorne und hinten einen Schnitt, damit es halt quasi sauber klingt so. Aber mittendrin sind auch mal Verhassblatt drin. Bei irgendeinem dieser, ich glaube es waren 39 Interviews, ist mir auch mal das Handy losgegangen. Das werdet ihr vermutlich hören, weil ich nicht mehr weiß in welchem und ich werde es vermutlich auch nicht rausschneiden vorher. Also da, ja, könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Und das ist schon irgendwie ganz cool, weil das macht es halt einfach mega praktisch. Der Bela Sobotka hat es, ich glaube auf Blue Sky hat er es genannt, er findet das extrem basisdemokratisch, was ich da mache. Weil da wirklich alle gekommen sind. Also von ganz kleinen Leuten, die halt noch nicht mal ihren ersten Comic fertig haben, bis hin halt eben auch zu Leuten wie jetzt meinetwegen dem Flix, der ja unfassbar viele tolle Sachen in den letzten Jahren auch mit großen IPs gemacht hat. Ich hatte VertreterInnen dabei, die selbst aber gar keine Comics zum Beispiel auch gemacht haben. Ich hatte so diesen Enten-Fan, der ist auf Twitter unterwegs am Start, der hat mir erzählt, warum eigentlich, ja, was eigentlich das Geile gerade ist an Entenhausen. Ich hatte aber auch gerade Nachmittag noch einzelne Interviews reingestreut, die halt vormittags nicht mehr reingepasst haben. Und da werde ich bestimmt jetzt im Laufe der nächsten Minuten noch einzelne Highlights mal rausgreifen. Also das ist ja nur die Interviewgeschichte. Hinzu kamen ja noch diverse, ich habe es jetzt nicht nochmal durchgezählt, ich glaube, ich bin mal bei neun oder zehn Panels, die ich moderiert habe. Und auch dazu werden wir bestimmt nochmal zu sprechen kommen, wenn wir hier dann uns durcharbeiten. Und du warst ja auch mal in dem Räumchen drin, Breedstorm, ne? Wie hat es denn dir gefallen? Im Vergleich zum letzten Mal zum Beispiel. Also es hat sich natürlich vergrößert und ich finde es auch sehr gut, dass man als interessierte Besucher da auch einfach reinkommen kann. Das ist ja in Erlangen überall so, dass satellitmäßig über der Stadt überall Ausstellungen und Räumlichkeiten geschaffen wurden, wo man sich entweder was angucken kann oder wo man auch, wie in deinem Fall, zugucken kann. Und das fand ich eine richtig gute Sache, dass da sehr unterkam. Wenn du jetzt noch einen Wasserkocher hättest, hervorragend. Mega. Es gab ein Lager, es gab eine Toilette, das war toll. Eine eigene Toilette. Und am zweiten Tag habe ich auch rausgekriegt, dass es da quasi drei Meter weiter einen Personalraum vom Salon gab. Und da gab es immer auch Kaffee und Wasser und Apfelschorle. Und weil nie einer da war, also es fielte nicht von dem Büro, sondern tatsächlich so ein Mitarbeiterräumchen, der war so ein bisschen versteckt. Und da bin ich einfach regelmäßig gekommen und habe mich da mit Kaffee bedient und mir Kaffee gegönnt, was ich auch wirklich, wirklich sehr dringend gebraucht habe. Weil es nachts manchmal ein bisschen länger ging. Aber da können wir eigentlich mal anfangen, denn wir sind ja Mittwoch angereist, Patrick, ne? Und wir sind Mittwochabend ja schon rumgestreunert, ne? Oh ja. Wir sind Mittwochabend mit Andi Papelitzki, natürlich mit den Jungs vom Dantes Verlag, mit, wie heißt sie, dem alten Bekannten von Gordon. Scheiße, dass mir jetzt der Name nicht einfällt. Die Bria. Ihr war auch dabei? Wow. Bria war auch am Mittwoch schon dabei. Und wir sind einen alten Bekannten, den Alan Moore vom Panini-Forum damals noch über den Weg gelaufen. Dem Herrn Panor. Den Stefan Panor, ja. Die wollen den Comic-Park wieder machen, gell? Genau. Comic-Garten, so rum. Comic-Garten. Comic-Garten. Comic-Gärtchen, ja. Den wollen sie wieder machen, dies oder nächstes Jahr. Ja. Ja, also, äh, und natürlich den, äh, zwei von drei Mädels vom Comic-Klatsch. Also mit Sandra und Ariane natürlich noch, bevor wir die vergessen. Da könnt ihr übrigens mal reinhören. Ich hab bei denen heute schon vorab, aus technischen Gründen, hab ich mal was gecheckt, schon die nächste Folge hören können. Die machen in der nächsten Ausgabe auf jeden Fall ein großes Erlang-Fazit. Es gab bei Paperback, gab es ein kurzes Fazit. Bei Pau gab es noch nix Fazitmäßiges. Und die Lara hat natürlich auch bei Yeah Comics, Yeah Comics, äh, auch schon ihr großes Resümee gezogen. Also da hört ihr jeweils mal rein. Das sind ganz unterschiedlichste Perspektiven zum Salon. Und ja, tatsächlich haben wir uns alle Mittwochabend getroffen. Denn eigentlich ist Mittwochabend immer großes Grillen im E-Werk. Da ist immer so die Ausklangveranstaltung vom Comic-Seminar. Und dieses Jahr war die halt nicht. Die war schon einen Tag vorher. Was eigentlich nur bedeutet hat, dass wir uns trotzdem da getroffen haben und haben da getrunken und Dinge veranstaltet. Und, ähm. Ja. Bei mir ist es ein bisschen zu sehr eskaliert, aber. Ja, was hast du gemacht? Naja, sagen wir es mal so. Du hattest mal einen Handy-Akku. Dadurch hatte ich nur noch 15% Akku. Ich konnte es am nächsten Tag halb übermüdet aufladen. Und sagen wir es mal so. Es kommt nicht gut, wenn du um 13 Uhr noch halbnackt in der Hotelzimmer liegst und dann die Putzfrau reinkommt. Das war so für mich das angenehme Erwachen. Ah, ich erinnere mich. Ja. Jetzt keine Details, aber das war diese BG-Punker-Party, ne? Und dann irgendwann waren sechs, sechs oder sieben Leute in meinem Hotelzimmer. Ja, das war ein lustiger Abend. Ich werde es nicht weiter ausführen. Ja. Es war halt so typisch Dantes Verlag. Dantes Verlag hat wirklich jeden Mal getan. Keine Namen! Ne, das ist legendär. Da wusste jeder Bescheid. Okay. So wie ich höre, waren das nur Männer, ne? Habe ich richtig verstanden. Also in dem Hotelzimmer. Ja, das war der Mittwoch. Lassen wir doch mal den Mittwoch, also bevor es losging. Lassen wir den Mittwoch sein. Ja. Ja, aber da waren wirklich viele Bekannte mit. Ein paar habe ich dann über House of the Dragon, Witcher und noch so ein paar Dinge diskutiert. Und dann wollten die Mädels natürlich, dass ich bei denen am Stand vorbeikomme, mir was reinzeichnen lasse. Also Grüße gehen auch an Liran und Iris Christidi, bei denen ich dann auch noch die nächsten Tage am Stand war. Auch nette Kontakte, die uns auch was angesprochen haben, zusammen mit Lara von Yay Comics, damit ich das immer wieder mal einstreue, weil es haben uns verdammt viele Leute was eingesprochen. Wir werden nachher mal versuchen, die Liste durchzugehen. Das ist eine echte Menge offen, wenn du die gemacht hast. Ja, ja. Wie hat denn dein Donnerstagmorgen so angefangen, Breed Song? Ja, der hat mit dem Besuch bei dir in deinem Studio begonnen, wo du einige Interviews geführt hast und ich war bei dem von Andi Preller dabei. Und anschließend sind wir dann ein wenig in Richtung Salon gegangen. Ja, das war eigentlich sehr schön. Und ich habe mir ja wie immer vorgenommen, das ein oder andere auch signieren zu lassen. Und das habe ich direkt alles schon an diesen Donnerstag geschafft, denn ich war sowohl bei dem Hunko Kolk aus der Niederlande in der Signierschlange und anschließend habe ich auch Joan Esfa gleich geschafft. Das waren sehr unterschiedliche Erlebnisse, aber damit konnte ich schon mal zwei Sachen, die mir sehr wichtig waren, für den Salon abhaken. Und da bin ich immer sehr beruhigt, wenn ich das schon mal hinter mir habe. Aber jetzt hol mich mal ab, gell, dieser Joan Esfa, den alle geil finden und den wir später bei Max und Moritz Preiß ja auch nochmal erwähnen werden. Den kennen alle von dieser Katze des Rabiners und ich weiß, dass es davon inzwischen auch einen Animationsfilm gibt. Aber was hat der eigentlich noch gemacht? Warum ist der eigentlich so ein Megastar? Warum habe ich von dem noch nie gehört? Fragen, die ich mir anstelle. Breed Song, willst du? Nö, Patrick, das ist deine Aufgabe. Also er ist in Erlangen natürlich als die politische Person vermarktet worden wegen der Katze des Rabiners, aber er hat wirklich extrem viel Zeug für Don John zum Beispiel gemacht. Er hat eine Adaption von Der kleine Prinz gemacht, also er hat wirklich eine riesige Comicbandbreite. Da war ich sogar beim Museum enttäuscht, dass sich das mehr so auf seine politische Person begrenzt hat, also fast nur auf die Katze des Rabiners. Er hat wirklich viele schöne Kindercomics gemacht, so schon allein seine Arbeiten für Don John oder auch für Louis Trondheim hätten so viel mehr hergegeben. Das war so ein bisschen eingedampft, aber an sich war es ein schönes Museum und er ist ein wirklich talentierter, vielseitiger Typ. Das andere Feedback, das ich dann noch bekommen habe von Joansfa war, ja, seine Sketche waren ein bisschen schnell. Ja, bei dem Ansturm konnte er ja auch nicht anders als schnell, weil bei dem standen sie alle an, bei dem haben mich auch ein paar Leute abgefangen, haben gemeint, du kommst nachher in den Halle-D-Verband, lass dir auch was von mir reinzeichnen, weil ich gefühlt anderthalb Stunden da in der Halle stand. Das war für mich dieser eine Signiertermin, wo ich mal wirklich länger warten musste. Das musst du mal erzählen, ne, wenn du sagst hier, also Breedsome sagt, er hat sich zwei Signaturen abgeholt und fertig ist die Laube, du hast ein komplettes fucking Buch voll mit haufenweise individuellen Zeichnungen. Vielleicht musst du das mal erzählen, ich weiß gar nicht, ob du das jemals hier bei den Cookies gemacht hast. Du hast da ja richtig, richtig, richtig was zeichnen lassen in deinem Büchlein und man kann sich das auch angucken bei uns zum Beispiel auf Signal und Telegram in den Chatgruppen. Da hast du das auch gepostet. Erzähl mal, was machst du da eigentlich die ganze Zeit? Warum gehst du den Leuten so auf den Sack? Ich bin den Leuten diesmal nicht auf den Sack gegangen. Da kommt jetzt diese legendäre Geschichte, um die mich Breedstorm beneidet. Ich bin kurzzeitig ins Hotel zurück, hab mein Zeug abgeliefert und dann hat mich Chris Scheuer angesprochen. Er hat mich erkannt, ich wusste nicht, wer das ist und dann hat er mich gefragt, ob er mir was ins Sketchbuch zeichnen darf. Und er hatte davor seit 25 Jahren auf einer Comicmesse oder auf einem Salon nichts mehr gezeichnet. Ich war der Erste, dem er was ins Sketchbuch reingezeichnet hat. Und kleine Korrektur, ich hatte nicht ein Sketchbuch dabei, ich hatte drei Sketchbücher dabei, damit ich immer mindestens eins weggeben konnte. Wenn zum Beispiel Andreas Butzbach sich mal ein bisschen Zeit lassen wollte, wenn Sascha Dörp mal das irgendwo unterschieben wollte oder bei Crosskite, da hab ich das für einen Zeichner auch abgegeben, weil ich da irgendwie nicht die Zeit hatte, mich anzustellen. Peter Sneijberg, nebenbei bemerkt. Da hab ich mir was in die Orks reinzeichnen lassen. Also es wurden insgesamt drei Sketchbücher regelmäßig bespaßt und lass es mal 2030 Zeichnungen gewesen sein. Auch Marek war endlich mal wieder vor Ort. Also ich hab den das erste Mal seit Jahren wieder gesehen, ansonsten tauscht und kotze ich mich regelmäßig mit denen über aktuellen Star Trek Content aus. Sag mal noch einen Nachnamen, sonst weiß keiner, wer Marek ist. Marek so, äh... Hehehehe. Ja. Hier begrüße ich an Marek. Mein Nextart Verlag. Auch bekannt zu Nextart oder bei Palindrom oder bei Cosmic, da hat er zusammen mit Sascha Dörp auch so ein paar Stories beigesteuert mittlerweile. So sind natürlich die Wertigkeiten hier im Podcast. Ich muss mich in Reihen einstellen und irgendwelche Nummern ziehen und Dinge kaufen. Und, äh, Patrick wird gefragt, ob man ihm was zeichnen darf. In seinem Buch. Unfassbar. Aber das ist noch nicht die Spitze des Eisbergs, Leute. Wirklich. Ja, ich weiß. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Mhm. Sollte ich jetzt wirklich auflisten, wer da alles reingezeichnet hat? Eigentlich hab ich das auch beim, äh, Comic-Klatsch in die, in der Rubrik reingepostet. Oder auch bei mir auf der Instagram-Seite. Und ich hab dann natürlich auch etliche Intros einsprechen lassen. Ich hatte da eben oft das Glück, da war von mir, äh, Jan Bintakis und Matze Ross, bei denen stand niemand. Und dann hab ich die ins Sketchbuch was reinzeichnen lassen. Dann hab ich die in ein Intro reinsprechen lassen. Dann meinte einer von beiden, ja, die gucken schon gar nicht mehr in Sketchbücher. Die hatten einmal ein Möbius. Da sind die ganz ehrfürchtig. Und nachdem dann das Intro eingesprochen wurde, äh, beziehungsweise die Comic-Empfehlung, hab ich gemeint, ja, und in dieses Mikro hat Oliver Kalkofe eingesprochen. Da ist er zusammengezuckt. Also das war lustig. Es wollten so viele in das Mikro reinsprechen, in das Oliver Kalkofe eingesprochen hat. Weil er hat uns ein Intro für die Comic-Cookies eingesprochen bei der Schläferz-Tour. Wir waren in der letzten Ausgabe dem großen Crossover der Comic-Podcaster-Menschen. Und da gehen wir auch dann gleich nochmal drauf ein. Könnt ihr also schon hören, diese Aufnahme. Ich möchte mal ergänzen mit, äh, Johann Esfa und seinen, äh, schnellen Zeichnungen, dass das wirklich, glaub ich, äh, eine gute Sache ist, weil dann jeder schnell auch was kriegt. Also ich hab, äh, noch ganz andere Schlangen gesehen, wo die Leute dann anfangen, ihre Tusche auszupacken und so weiter und so fort. Und es ist schön für den, der vorne steht, aber wenn du so zwei Stunden in so einer Schlange stehst, das muss man auch wollen halt, ne? Und wenn man nicht gerade seine Kinder versklaven kann, wie ich das, äh, oft gesehen hab bei dem Salon, äh, um solche niedrigen Tätigkeiten auszuführen. Ich hab auch schon überlegt, ob ich einfach einen Student engagieren soll, der das für mich macht. Zivil. Ja, aber, ähm, hab's dann doch gelassen. Und ich find's eigentlich ganz gut. So hat jeder, vielleicht nicht ne, ne Top-Zeichnung, aber jeder zumindest ne Original-Zeichnung. Head-Sketch war's auch immer, ne schnelle Katze von Joanne, der wirklich, äh, rumgelaufen ist wie ein Rockstar in seiner Lederjacke. Und sich da so durchgezeichnet hat. Also das, das fand ich schon cool und die Erinnerung bleibt da dran, ja. Du hast die beste Neuerung vergessen. Durch die gelben Kappen wurden wir ja wirklich überall erkannt und zwar teilweise ein richtiges Fotobombing. Auf was für Bildern wir überall aufgetaucht sind. Breedstorm, ich weiß, du wirst da auf einen späteren Zeitpunkt genauer drauf eingehen, was mir da Lustiges passiert ist. Das stimmt, das sparen wir uns für den Freitagabend auf. Aber noch sind wir ja bei Donnerstag. Was habt ihr Donnerstag außer Zeichnungen, Interviews und jede Menge Dinge moderieren noch getan? Ja, äh, kann ich, ich würde gerne, ich würde gerne, bevor ich das erzähle, weil da sind tolle Sachen passiert noch Donnerstag. Noch mal eine allgemeine Frage, weil das kann ich immer nicht so einschätzen. Wie findet ihr generell die Auswahl der internationalen Comicstars vor Ort? Ich kann das nämlich immer genau gar nicht einschätzen, ob die gut oder schlecht ist. Ich sehe, dass da viel deutsche Sachen diesmal stattgefunden haben. Auch in den Ausstellungen, die ja immer wieder toll sind. Auch zum Beispiel mit den Katzenjammer-Kids halt letztlich ein deutscher Exportschlager im Ausland. Wie findet ihr, also Breedstorm vielleicht, wie findest du die Auswahl der Menschen? Ist dir das Star-Aufgebot dort dicht genug? Also gefühlt waren das schon mal mehr. Wir hatten ja nicht nur Esfa und Hunko Coke. Wir hatten zum Beispiel auch Blutsch hatten wir da und diverse Disney-Zeichner. Aber für meinen Geschmack gab es schon mal mehr. Also gerade aus dem US-Bereich war es relativ dünn, was ich da so gesehen habe. Edric, bei dir? Ich habe deutlich weniger internationale Zeichner mitgenommen. Bei mir war es wirklich nur Jones Farr und Thomas Lusaleck, der mit Gorhausen einen wirklich schönen Horror-Comic gezeichnet hat. Aber an sich war das für mich eher wirklich wie so ein schönes Klassentreffen. Ich habe viele alte Bekannte gesehen. Ich habe viele neue Bekannte gesehen. Also die meisten, die mir was reingezeichnet haben, die kannte ich auch tatsächlich. Also die habe ich mal wieder gesehen. Für mich hatte das eher so ein kleines, schönes Klassentreffen-Feeling. Für mich haben da wirklich so diese großen internationalen Highlights gefehlt. Und es war ja diesmal auch der Manga vertreten mit einer Ausstellung von Joachim Kapps, wo dann auch Leute wie David Fülecki und Marcel Hugenschütt, also der Hugie, vertreten waren. Also diesmal waren es einige deutsche Mangaka. Der Hugie. Ja, okay, danke. Danke mal für die Einschätzung. Ja, was haben wir Donnerstag gemacht? Das war ja die Frage, ne? Ja. Also Donnerstag war für mich der Tag der Business-Termine. Denn da habe ich zumindest, also ich hatte drei quasi Business-Termine, wovon immerhin zwei geklappt haben. Ich will jetzt hier, weil ich jemanden in die Scheiße reiten will, keinen Namen nennen. Aber ich hatte einmal einen Termin mit einem Verlag, mit dem ich mich mal unterhalten habe, wie eigentlich deren Social Media und deren Podcast-Präsenz aussieht. Das ist ein großer Verlag und die Kurzfassung ist, dass deren Lizenzen sich auch ohne Podcast und großartiges Social Media-Gedöns gut bzw. gut genug verkaufen, weil die halt so breit aufgestellt sind, auch mit einer familiären Zielgruppe, dass da wirklich die Frage im Raum stünde, ob sich auch nur ein Comic mehr verkaufen würde, wenn es jetzt plötzlich den Podcast zum Thema XY gäbe. Das war auch meine Erkenntnis und das war das Ergebnis des Gesprächs. Es war ein sehr nettes, produktives Gespräch, Backstage da in so einer Halle, sehr laut, aber nett. Es gab Kaffee und glaube ich eine Brezel. Das war das eine. Ein anderes Gespräch ist leider aus, da hat die Person sich im Tag geirrt. Sie dachte, es wäre Donnerstag, Quatsch Freitag und deswegen hat der Termin dann nicht geklappt. Den werden wir aber nachholen. Da geht es um eine langfristige Frage, die vor allem hier für uns im Rhein-Main-Gebiet nochmal spannend werden könnte. Mal gucken. Und abends, am Abend fand auch statt das Netzwerktreffen von Comic in Bayern. Das ist ja diese Initiative da unten, wo sie quasi Steuergelder nutzen, um der Gattung Comic irgendwie was Gutes zu tun, um da halt Strukturen zu schaffen und dann da langfristig auch irgendwas zu etablieren, wie Lesungen, wie Veranstaltungen an Schulen und natürlich auch diese Establishing Shots, von denen es schon zwei Ausführungen gab, wo die einfach Menschen in dem Fall aus der bayerischen Comicszene zusammentreffen, zusammenholen und, naja, sich halt erstmal kennenlernen, kurzschließend Netzwerken. Es gab eben dieses Netzwerktreffen in diesem einen Saal, in diesem, es gibt ja immer dieses Haus, wie heißt denn das, von der Fachhochschule, von der Schule halt, die da ist. Kollegienhaus. Im Kollegienhaus, da gibt es einen großen Saal und in diesem großen Saal fand dieses Treffen statt und es war einfach nett. Irgend so eine Französin haben wir da kennengelernt, Patrick, die war auch ganz nett. Genau, die Colleen Eberhardt, meinst du, mit ihrem Reisebericht, die mir natürlich auch was reingezeichnet hat, neben dran war Annika Belitzki. Ja, sorry. Das war echt eine Liebe, die hatte auch wirklich, die war interessiert, die hat wirklich so getan, als würde sie interessieren, was wir machen, das fand ich nett. Und einer hat dann kommentiert, ey, der Bierkasten in dem Sketchbuch, den hat nicht der Typ da ausgegeben, das war ich, wieso wird der da reingezeichnet ins Sketchbuch? Das war der Jonas, mit dem habe ich es mit dem Bier nämlich vorher geklärt. Ich wusste, das Netzwerktreffen wird stattfinden und Menschen kommen. Und ich habe ja auch allen gesagt, kommt hin, es gibt Freibier. Und dann gab es gar kein Freibier. Und dann habe ich überlegt, okay, dann kaufe ich einen Kasten Bier, den sponsore ich. Und dann meinte jemand, ey, Andi, das kannst du gerne machen, aber Donnerstag ist ja Feiertag, wird schwierig mit dem Kasten Bier. Und deswegen hat der Jonas, der ist quasi Projektleiter von Comic in Bayern, so einen Bierkasten besorgt. Und mit dem habe ich mich dann relativ weit weg von diesem Haus getroffen. Der hat mit seinem Auto halt eben diesen Kasten dahin gefahren und ich habe den dann geschleppt, stark wie ich bin, in diesen Saal. Und dann gab es immerhin einen Kasten Bier und das war okay. Ja, und es war ein nettes Beisammensein. So eine Stunde mehr war es ja gar nicht oder anderthalb oder so. Ja, du meinst Jonas Grund, der sich nach dem Max- und Moritz-Preis mal ein Sketchbuch geschnappt hat und gemeint hat, gib mir mal dein Sketchbuch, ich muss was zeichnen, ich muss runterkommen. Also so ist es bei mir dann immer passiert mit den Zeichnungen. Wo sind wir Donnerstagabend gelandet, Patrick? Wo waren wir Donnerstagabend? Waren wir da nicht schon beim E-Werk? Wahrscheinlich immer beim E-Werk, irgendwann. Immer, irgendwann. Wir waren auch in diesen Metal-Schuppen. Stimmt. Da waren wir aber auch Mittwoch. Keine Ahnung, wo wir so waren. Wir waren jeden Abend im E-Werk. Es verschwimmt alles so ein bisschen. Ja, das war mein Donnerstag. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Aus datenschutzrechtlichen Gründen möchte ich keine Namen nennen. Auch zur Abendplanung. Ja, meine Abendplanung hat sich etwas zerschlagen, weil ich hatte ja eigentlich die Idee, wo ich als großer Max- und Moritz-Preis-Junkie mal alle Preisverleihungen mitnehmen wollte. Also auch den Ginko und den E-Com. Dass ich Donnerstag gleich starte mit dem E-Com. Mir war aber etwas blümerant an dem Abend. Und da habe ich das mal ausfallen lassen tatsächlich. Und habe somit nur den Max- und Moritz-Preis und den Ginko gesehen. Aber das war an anderen Tagen. Ja, aber echt dieser E-Com. Also ich weiß genau gar nichts. Ich weiß, dass die Bären gewonnen hat. Bären Joost, herzlichen Glückwunsch. Und ich weiß, dass diese Anthologie-Geschichte da vom Gönnheimer Comics-Salon, wo wir in diesem Jahr, da werde ich auf jeden Fall auch wieder sein, dass die auch ein E-Com gekriegt hat. Aber die Veranstaltung selber, die wird ja also wirklich, die wurde ja sogar in der Elefantenrunde oder in der Runde davor, wurde ja sogar erwähnt. Die wird ja zerrissen. Das muss eine unheimlich dröge Veranstaltung sein, in der auf der Bühne vom Chef des E-Com, dessen Namen ich hier nicht nennen möchte, auch aus Gründen, die wahrscheinlich selbst ganz recht sind, er sowohl die Sponsoren seines eigenen Preises als auch die Gewinnenden des eigenen Preises quasi disst. Er nimmt da sehr negative Dinge in den Mund und findet das total lustig und hält das irgendwie für sarkastisch. Aber das ist eine Mischung aus lächerlich, langweilig und wohl nicht toll. Und das ist nur das, was ich gehört habe. Ich war selber ja gar nicht da. Oh, schade. Dann hätte ich das ja doch gern gesehen. Bestimmt unterhaltsam geworden. Ach, und die hatten ja auch diesen einzigen quasi Shitstorm, den der Salon hatte. Nämlich, dass dort ein Comic gewonnen hat, den ich nicht kenne, der aber zumindest ganz gut aussehen soll, der komplett mit künstlicher Intelligenz erstellt wurde. Und das ist ja selbst schon mal so ein Schlag ins Gesicht eines jeden Comics-Schaffenden. Es geht auch ein bisschen um den Ankündigungstext auf der Webseite des e-Com. Auch dort steht quasi drin, naja, jetzt habt ihr halt alle verloren. Es gibt jetzt KI und lasst eure Jobs mal bitte alle liegen. Wir kommen ja eh nicht um KI drum rum und jetzt müssen wir halt auch mal einen Preis da in die Richtung schieben. Das war schon extrem stressig, unangemessen und schlecht formuliert. Das war so ein bisschen dieser einzige Mini-Shitstorm, den ich in diesem Jahr mitbekommen habe, der auch erst zeitversetzt so ein bisschen in der Bubble angekommen ist, weil auch wirklich keine Sau mehr weiß, was der e-Com eigentlich macht, tut und wer da gewinnt. Und ich weiß nicht, ob die Gewinnenden inzwischen überhaupt online sind. Das ist ja auch schon irgendwie einen halben Monat her. Also es ist wirklich alles, man will sich auch eigentlich nicht über Sterbende lustig machen, aber es ist schon, glaube ich, echt ein schwieriges Ding mit dem e-Com. Ja, aber der Shitstorm, der war eben gerechtfertigt. Ein Comic von der KI. Problematisch, finde ich auch. Ja, wer hätte das gedacht, wer hätte das gedacht, dass in einem Bereich, wo die meisten oder sehr, sehr viele Leute irgendwas mit Zeichnen machen und damit Geld verdienen, teilweise auch natürlich hauptsächlich als Illustrator oder in der Werbung, dass die sich darüber aufregen, wenn sie ersetzt werden vom Computer. Wer hätte das denken können? Crazy. Naja. Der Donnerstag. Wie ging es da weiter bei euch, Jungs? Der Freitag natürlich. Der Freitag. Andi hatte einige Termine, weiß ich. Ich habe da einen gewissen Herrn Jörg Butgereit gesucht, also eine Horrorlegende. Bin dadurch auf ein paar andere gestoßen. War das am Donnerstag oder war das doch am Freitag, wo ich auch Steffi und Christina getroffen habe? Also zwei Bekannte von uns, auch vom Comic-Stammtisch Frankfurt. Grüße gehen raus. Und dem Tag fand doch auch das große Crossover statt. Nee, das fand erst am Samstag statt. Oh. Nee, am Samstag, ja. Was natürlich am Freitag stattgefunden hat, wenn ich meiner eigenen Twitter-Tileline hier auf dem Comic-Cookings-Account folgen darf, die ich nur empfehlen kann. Da gibt es wunderschöne Bilder von wunderschönen Menschen. Vielleicht Twitter noch auf jeden Fall benutzen, ja. Und da geht es natürlich los mit dem Gipfel der Kleinverlage, den der Andi hier moderiert hat. Und ich habe mir angehört, deine Interviews mit dem Verlag The Next Art und dann natürlich auch mit Dantes. Das war ja quasi die Fortsetzung des Donnerstagabends so ein bisschen bei euch. Und ja, da hat es im Kollegienhaus doch einige hingezogen. Wie man generell sagen kann, dass die Panels sehr, sehr gut besucht waren. Ich gehe ja eigentlich oft und immer schon zu Panels, weil mich das sehr oft interessiert. Aber dieses Mal war das Wetter natürlich sehr schlecht, was verhindert hat, dass man sich stundenlang im Garten rumlümmelt und dass die Leute mal ein bisschen Content gebraucht haben. Und das haben sie natürlich bei den Interviews mit den kleinen Verlagen auch bekommen. Wie war, ist es alles für dich gelaufen aus deiner Sicht mit den kleinen Verlagen? War es so, wie du es erwartet hast? Im Grunde nach schon. Ich hätte mich schon gefreut, wenn es ein besserer Raum gewesen wäre. Also ich will es jetzt mal in zwei, es gab mehrere Räumlichkeiten in diesem Kollegienhaus und der große Kleinverlag-Gipfel war eine Veranstaltung, die war wirklich gut besucht. Sie war aber so ein bisschen auch mit heißer Nadel gestrickt und das große Highlight war im Endeffekt das Treffen am Ende. Wir haben von 17 bis 18 Uhr, also es ging ja von 15 bis 18 Uhr genau drei Stunden. In den ersten zwei Stunden habe ich wirklich wieder ein paar Ruckverfahren so Mini-Interviews geführt mit den Verlegern, Verlegern sind das alles, alles Männer, von eben diesen fünf Kleinverlagen. Das war Edelfin und Prinz Untoxicated, Dantes, Weißblech Comics, dann war da Kringo Comics am Start und dann war The Next Art noch am Start. Die fünf Verlage sind es gewesen. Ich habe mir jeweils die Verleger geschnappt und wir haben uns halt mal hingesetzt und wirklich so zack, 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 wie geht es dir, was machst du, wie geht es im Verlage und ich stelle nochmal fünf Produkte von dir vor. Also es war sehr knapp alles und am Ende saßen wir 17 bis 18 Uhr dann noch in der größeren gemeinschaftlichen Runde über den Status Quo. Davon gibt es auch eine tolle Aufzeichnung, die qualitativ auf jeden Fall hörbar ist. Ich kann mir sogar sehr gut vorstellen, dass ich die bei den Comic-Cookies unterbringen und veröffentlichen werde. Seid da mal gespannt. Was man sagen muss ist, und das werden wir dann später auch nochmal beim Comic-Podcast-Treffen zum Thema machen, die Räumlichkeit selber war nicht so optimal. Das ist natürlich dieses Kollegienhaus und dieses Kollegienhaus ist letztlich einfach ein Uni-Haus. Da sind Vorlesungssäle und harte alte Stühle und so. Und das war halt wirklich ziemlich viel los, war voll, verhältnismäßig voll und ich hätte mich schon gefreut, wenn wir da ein bisschen einfach was Hübscheres gehabt hätten. Wie zum Beispiel diesen Senatssaal heißt der, glaube ich, der quasi genau daneben ist und in dem dann zum Beispiel das Netzwerktreffen am Vorabend stattfindet oder in dem ich auch ein Panel am Vormittag hatte, das leider nicht so gut besucht war. Da gibt es aber wiederum eine Technik mit entsprechenden Mikrofonen. Also kurzum, der Kleinverlagsgipfel war ein tolles Ding, großer Erfolg. Ich möchte das gern wiederholen. Ich habe gemerkt, es gibt mehr als genug Kleinverlage, die alle irgendwelche Jubiläen hatten. Das war in dem Fall auch so und wird auch in zwei Jahren wieder der Fall sein. Ich bin mir sicher, dass wir da irgendwie nochmal ein tolles Update hinbekommen von diesem Kleinverlagsgipfel. Eine ganz tolle Veranstaltung. Wie gesagt, das große, die Finalveranstaltung, davon gibt es eine Aufzeichnung. Was es außerdem noch gab, weil ich habe es gerade angesprochen, am Vormittag hatte ich ein Panel namens Perspektiven der bayerischen Comics-Szene. Dort habe ich mit VertreterInnen dieser Szene und zum Beispiel auch einer Dame, Dr. Elisabeth Donoghau aus dem bayerischen Staatsministerium für ganz langer Titel, hatte ich auch mit am Start. Und wir haben dann wirklich über viele wichtige, gute Dinge gesprochen. Auch davon gibt es eine Aufzeichnung. Wenn ich da die Freigabe habe, werden wir das auch benutzen können. Und das fand im Senatssaal statt. Und das war dann wieder durchwachsen besucht. Also das geht so, will ich sagen. War aber auch trotzdem eine tolle Veranstaltung. Das müssen wir uns mal angucken. Und davor wiederum noch gab es eine Veranstaltung, zu der ich es leider nicht geschafft hatte, weil ich ja eben in meinem Podcaststudio saß und habe Aufnahmen gemacht. Es gab ein internes Treffen der Interessengemeinschaft Comic. Das ist eine Sache, auf die ich bin, da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, man darf und soll hier noch nicht so viel sagen. Außer, dass das letztlich eine beim Börsenverein eingegliederte Interessengemeinschaft ist. Also quasi eine Arbeitsgruppe aus wirklich namhaften Personen aus der Comic-Szene, die strukturell was an der Szene fördern wollen. Die haben ganz viele tolle Ideen. Es sind namentlich, das kann man auch sagen, drei Personen, die das Ganze gegründet haben. Das ist der Dr. Joachim Kapps von Ultraverse. Das ist der, da heißt der, Dirk Rehm, auf die Sprünge von Reprodukt. Da komme ich gerade nicht drauf. Ja, ich weiß, wie du meinst. Also der Verleger von Reprodukt halt. Und dann war auch noch mit dabei von Splitter Verlag. Und zwar nicht der Horst Gotter, sondern der andere von den beiden Verlegern. So, das werde ich dann vielleicht nochmal ansprechender Stelle nachreichen. Also erstmal hier vom Dirk Rehm. Doch, Dirk Rehm war richtig, war kein Fehler. Und dann haben wir noch vom Splitter Verlag eben auch der, der nicht der Horst ist. Den wir ja auch nicht wissen. Der nicht der Horst. Genau. Und die haben letztlich das Ding gegründet und wollen da halt strukturell was machen. Da gibt es schon noch sehr viel mehr zu berichten. Die werden sicherlich demnächst auch mal öffentlich ihre Inhalte präsentieren. Aber da bin ich doch sehr gespannt. Da konnte ich leider nicht hin. Und da ist viel im Gange. So wie man generell sagen muss, es geht in der Comicszene gerade viel hin. Also Backstage ist da gerade viel im Gange. Viele Dinge, über die man wirklich noch nicht reden kann und da, weil es einfach noch zu undefiniert ist und zu klein. Aber ich freue mich auf Dinge, die passieren werden, weil wir wirklich langsam an der Zeit sind, dass wir den Comic auf ein Level heben müssen. Vor allem in der Vermarktung, vor allem auch in der gesellschaftlichen Wahrnehmung, die über Nische hinausgeht, die über Kindercomics, über Superhelden und meinetwegen auch Manga hinausgeht. Das ist so sehr viel mehr und das kann gleichzeitig aber auch all das gemeinsam und gleichzeitig sein. Da gibt es viele Wege, die da gerade beschritten werden. Wir werden am September treffen in Bochum. Da bin ich auch eingeladen, werde hinfahren bei der Comic Expansion. Das ist eine Comic-Konferenz finanziert aus Steuergeldern. Die findet zum zweiten Mal statt. Und auch dort werden, es ist einfach eine Netzwerkveranstaltung, sich Menschen zusammensetzen und treffen und hier mal ein bisschen was anhebeln wollen. Anhebeln? Ja, das klingt komisch. Ist aber so. Und ich sag mal so, wenn ihr bei den Dingen dabei sein wollt, die ich so mache, dann kommt man auf LinkedIn vorbei. Da bin ich auch seit neuestem ziemlich aktiv. Bei LinkedIn gibt es jetzt eine neue Gruppe Comic-Szene in der DACH-Region. Da werden wir uns auch mal austauschen. Es geht ums Geld. Kommt vorbei. Das ist mega geil. Das waren meine Highlights am Freitag und über die Max und Moritz habe ich dann noch gar nicht gesprochen. Breedstorm, was waren deine Highlights am Freitag? Ja, nach dem Gipfel der kleinen Verlage ging es dann weiter zur Live-Aufzeichnung vom Pau-Podcast. Dabei waren ja Pau, Pau. Pau, Pau, Pau. Deswegen, ja, ja, ja. Dabei war statt Emu, der konnte nicht, war der Steffen Volkmar vom Panini Comics, aber der natürlich auch einen eigenen Podcast hat, nämlich Comics und. Das wusste ich gar nicht, dass es auch als Podcast kommt. Ich kenne das nur als Videos im Internet. Nee, es gibt es auch als Podcast. Spannend. Und die haben sich über Scott Pilgrim sowohl den Comic als auch den Film unterhalten. Und die Serie. Und die Serie. Und das war schon sehr, sehr detailliert. Die waren gut vorbereitet, glaube ich. Und es hat auch richtig gut viel Publikum gefunden. Also fand ich sehr schön, dass als Podcast man dann doch beachtet wird vom Publikum, von sowas. Da waren echt viele Leute da. Ich finde das gar nicht. Ich gucke das hier gerade auf Apple und Kram. Comics und Bier, ja. Du musst das mit dem Mund wird das wahrscheinlich zum Mund-Symbol, oder? Wird das geschrieben. Also ich habe es tatsächlich auch noch nicht gehört, weil das Thema Bier mich jetzt nicht so ankickt. Aber Ich will nochmal später drauf zurückkommen. Der Steffen Volkmar war ja wohl auch gelegentlich auch schon bei Pau dabei. Und insofern hat das gut gepasst. Ja, das ist so deren Ding. Die haben da so ein quasi Subformat innerhalb des Pau-Podcasts, wo die halt eben Comic-Verfilmungen besprechen, die nicht nur das MCU sind und DCU, sondern eben auch andere Dinge. Und Moving Panels oder sowas heißt das, glaube ich. Und dort ist er quasi Stammmitglied in dieser Dreierrunde. Genau, Moving Panels. Und das ist schon Ausgabe 8 jetzt gewesen, die sie aufgezeichnet haben zu Scott Pilgrim. Ja, und ich hab da ein bisschen klug, äh, war da ein bisschen am Klugscheißern, also ein bisschen wussten sie nicht und dann haben sie gesagt, ja, Emu ist grad nicht da, deswegen ruft ruhig rein, wenn ihr was verbessern habt. Da hab ich mich dann beteiligt, also ihr hört mich in dem Cast auch ein bisschen vertreten, weil das eben einer meiner ewigen Lieblings-Comic-Filme ist. Davor hatten sie wohl Howard the Duck besprochen, den Film. Was auch immer die sich dabei gedacht haben, ich mag den irgendwo, den Howard the Duck-Film. Die Folge ist auch schon draußen bei Pau, wer das nachhören will, hat da die super Gelegenheit, da einfach einzusteigen. Die mussten ja reingehen, Beatstorm, ne? Das war so nicht geplant, oder? Nee. Die sollten eigentlich auf der DATEV-Bühne podcasten, das wäre natürlich noch cooler gekommen, so draußen mit ein bisschen Atme und so, aber das Wetter hat uns leider keine Wahl gelassen, ja. So ein bisschen vorsinnflutlich, es gab ja auch zu seinem Bier-Comic an einem der späteren Tage noch ein Panel und da hatten sie auch schon die Befürchtung, dass sie das irgendwie reinverlegen müssen, sonst wäre die andere Alternative gewesen, es ausfallen zu lassen. Hast du das gesehen, das Bier-Panel? So ein Bier-Graphic-Novel von Panini? Ja, so ein bisschen. Gab's da Bier? Ich hab gehört, es gab da Bier. Ich hab jedenfalls keins bekommen, aber ich stand da auch nur fünf Minuten da und bin dann schon weitergezogen. Weil es hat nämlich generell, das muss man mal sagen, wirklich relativ viel geregnet in diesem Jahr, es war eben nicht das Sommer-Event, wie es jetzt vor zwei Jahren oder auch vier Jahren, weiß ich nicht, aber wie es halt sonst so war, es war wirklich relativ nass und es gab vier Hallen diesmal, Halle A, B und C, so wie sie immer stehen und Halle D war genau wie Halle C, auch eher eine Hochschule und in die Halle, in der tendenziell auch eher, ja halt eben Self-Publishing-Menschen unterwegs waren oder eben kleine Verlage, kleine Stände und so und Halle D allerdings war in diesem selben Gebäude, in dem auch der Redutten-Saal ist und das Markgraftheater und das hatte zur Folge, dass man dort halt echt einfach mal trocken saß und es war dann im Endeffekt, obwohl die meines Wissens am Donnerstag sich noch ein bisschen beschwert haben, kein Mensch würde den Weg zu ihnen finden, waren sie im Ergebnis dann doch ganz zufrieden, weil sie dort einfach am wassergeschütztesten waren, in den anderen Hallen gab es vereinzelt, nicht grundsätzlich und überall, aber vereinzelt einfach Probleme mit dem Wasser, natürlich Luftfeuchtigkeit, das zieht in die Bücher oder teilweise hat es eben auch eingetroffen, jetzt in keinem größeren Ausmaß, das waren wohl alles nur Gerüchte, aber letztlich gab es schon aufgequollene Bücher, also ich habe vom Dantes Verlag die Bücher gesehen, die haben schon ein bisschen Wasser abbekommen, zumindest durch Luftfeuchtigkeit und da waren die in Halle D, was halt mal eine neue Location quasi war, ein bisschen weiter ab vom Schuss, die war halt am trockensten, wenn man so möchte. Ja und das war gerade an den zwei Tagen, wo es wirklich massiv geregnet hat, an denen mir meine Wetterfühligkeit zu schaffen gemacht hat, da war das wirklich extrem von Vorteil, einfach weil ich da, ich bin am letzten Tag wirklich vom Regen geflüchtet, sagen wir es so, weil da hat es fast schon Festivalausmaße, bei weitem nicht so schlimm wie Wacken vor zwei Jahren, aber es war schon heftig für die Verhältnisse, im Gegensatz dazu, was vor zwei Jahren wirklich knallige Hitses war der komplette Kontrast zum Comic-Seilung 2022. Ja, also ich denke, da muss man sich vielleicht nochmal Gedanken machen, ob das wirklich jetzt die Lösung, die Dauerlösung ist mit den Zelten oder ob es da vielleicht noch andere Räumlichkeiten gibt, die man notfalls da belegen kann, weil wie gesagt, mit Zelt und Nass macht wirklich nicht immer so Spaß, glaube ich, das muss man sehen, ich bin sehr gespannt, wie man das dort lösen wird, aber um mal vorzukommen von dem Thema, ich war da noch auf einem Panel historisches Erzählen Geschichten in Panels, die ein Interview, das geführt hat, der Dr. Alex Jakubowski von der Comic-Denkblase und das hat mir, den kennen wir natürlich auch, Grüße gehen raus, hat sehr viel Spaß gemacht und da hat man gleich gemerkt, dass da in diesem, in diesem, wie heißt das, Pavillon, der zu dem Schloss gehört, das natürlich, Orangerie im Glossgarten, genau, das hat natürlich eine geile Atmosphäre halt, also es ist wirklich majestätisch, geile Stühle, viel Platz und einfach wirklich, sieht einfach gut aus, ja. Das wurde ja gestreamt ins Internet und meine erste Hoffnung war ja, ja okay, ich kann die Orangerie und die wirklich, also die Highlight-Panels, zwei in den persönlichen Panels, ich bin ja gerade in meinem persönlichen Zeitplan vom Salon, den kann man sich so erstellen, über die Website, voll toll und ganz viele richtig gute, für mich thematisch mega interessante Panels, auch viele davon vom Alex moderiert, haben dort in der Orangerie stattgefunden und wurden parallel live ins Internet gestreamt und meine große Hoffnung war es ja, dass ich mit ihnen nachträglich natürlich noch auf YouTube angucken kann. Warum sollte man es sonst streamen? Es ist ja da, man schmeißt es ja nicht weg und angeblich, angeblich sind die Aufzeichnungen da und werden gerade nachbearbeitet und erscheinen jetzt irgendwann, aber also wie viel Zeit wollen die sich noch lassen? Es ist jetzt über zwei Wochen schon rum, es ist noch nichts erschienen, also das wäre echt ein Verlust, wenn die Dinger nicht als Video irgendwo noch erscheinen würden und das befürchte ich fast ein bisschen. Das muss man auf jeden Fall sagen, gerade in der Orangerie, da waren ja auch wirklich richtig krasse Panels teilweise, richtig gut besetzte Panels, also das sollte man sich nicht entgehen lassen. Ich hoffe, da kommt noch was, ja. Übrigens war das noch mein Salon, also ich erzähle ja gerade, sorry, aber wenn man da überall immer durch das Salon scrollt, da hat jeder einzelne Programmpunkt ein eigenes Bildchen und gerade für die Programmpunkte, wo ich zuständig war, habe ich natürlich immer irgendwoher ein Bildchen gezaubert, das man da benutzen kann, damit es halt irgendein Bildchen gibt. Aber bei ganz vielen Panels, war das scheinbar nicht der Fall und wenn es dann quasi ein Diskussionspanel gewesen ist, dann sieht man ein Bild von der Orangerie, wie da vier Menschen auf der Bühne sitzen und davor Publikum und zwar von vor zwei Jahren und zwar von dem Panel, wo ich zusammen mit Sandra, Alex Zakubowski und diesen netten Typen von, fällt mir gerade nicht ein, diesem Blog, der es moderiert hat, auf der Bühne sitze. Also in meinem Einzug, man sieht den Superman-Einzug schon ziemlich gut und also wirklich, ich tauche da im Programm ungefähr 30 Mal auf und das war ich gar nicht 30 Mal und ich möchte mal kurz nur mal erwähnen, also ich habe schon zugestimmt, dass man Fotos machen durfte vor zwei Jahren, aber ich habe bestimmt nicht zugestimmt, dass man dieses Foto jetzt konsequent für jedes scheiß Panel benutzt, wo man kein Foto hat. Also bekommt der Begriff Influencer oder Stock-Footage ganz neue Bedeutung. Du solltest diesen Platz auf deiner Jacke auch vermieten, dass da nicht das Superman-Loko ist, sondern was weiß ich, von Splitter oder Panini oder irgendwas, dass da immer so ein bisschen Placement auch ist. Ja, das muss schon sein. Werbefläche zu vermieten. Ja. Sieht schon aus, wie du hättet was soll. Geht das schon. Tschö. Für mich ging es dann ja weiter mit einem meiner zweijährigen Highlights, nämlich der Verleihung des Max- und Moritz-Preises und ich hatte es dieses Jahr endlich geschafft, dass jemand mitkommt. Ich habe es mir vorgestellt, der Patrick war dabei. Ich habe mir schon vorgestellt, wie der wieder da oben wie Waldorf und Städtler einfach in der Tribüne sitzen und die ganze Zeit rumpöbeln, aber Patrick hat eine richtige Patrick-Aktion gebracht. Vielleicht möchtest du das kurz erwähnen, was da passiert ist. Ich habe das Ticket am falschen Schalter geordert. Ich habe dir dann noch geschrieben, seit wann muss man für das Ticket Geld zahlen? Hat er gemeint, nee, muss man nicht. Ich in meiner Dummheit habe dann gemeint, als die mich gefragt haben, ja, wo wollen sie sitzen? Habe ich gesagt, egal, Hauptsache Bahnfreiheit. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Ich sitze in der ersten Reihe und auf einmal schreibst du mir so, Patrick, neben dir sitzt der Bürgermeister von Erlang. Und ich dachte, oh scheiße, wo bin ich da jetzt reingeraten? Aber um dir noch eins auszuwischen und um Jürgen vom Comic-Stammtisch Frankfurt gegenüber von mir saß Naomi fern. Also hättest du da auch ganz gerne gesessen, als der Bürgermeister dann auf die Bühne zur Moderation gegangen ist. Ja, aber wirklich, ich saß da oben in dieser Loge und die ist ja immer ein bisschen eng und sowas. Und dann sehe ich da vor allem mal so eine gelbe Mütze da langlaufen. Da wäre ich fast vor Lachen aus der Loge gefallen, als er sich da hingesetzt hat, neben dem Bürgermeister. Oh Mann, ey. Ich meine, es ist ja so, der Bürgermeister ist dann natürlich relativ früh auf die Bühne gegangen. Das heißt, du hattest sogar noch an der Seite noch mehr Platz. Aber du saßt natürlich in der Pole Position, das muss man ganz klar sagen. Oh ja. Aber das Theater, die gelbe Comic-Cup war natürlich auf fast allen Bildern dann zu sehen. Also noch eine Comic-Verleihung, wo ich mit meiner Cuppe den Preis quasi so ein bisschen gecancelt habe, beziehungsweise nicht gecancelt, äh, ja, gestürmt habe, mehr oder weniger. Ja. Die Verleihung an sich war ungewöhnlich, weil ich die Verleihung tatsächlich nur mit Hella von Sinnen kannte, die aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein konnte. Das heißt, der Herr Gasser hat das Ganze allein moderiert. Und am Anfang dachte ich, na, kommt jetzt, ist er nochmal hinter die Bühne und wollte gucken, ob sie wirklich nicht kommt. Ob das ein Scherz ist oder sowas. Aber sie kam tatsächlich nicht. Und man hat es ja schon vor zwei Jahren gesehen, dass sie gesundheitlich schon sehr angegriffen war, dass sie, ja, Schwierigkeiten hatte, sich zu bewegen und dass die Ausdauer auch nicht mehr ganz so gegeben ist, so zumindest mein Eindruck. Und so war sie diesmal nicht dabei. Und es gibt der Veranstaltung natürlich einen anderen Spin halt auch. Wenn da normalerweise das zwei Leute moderieren und die auch unterschiedliche Rollen hatten, nämlich der eine ist eher der ruhige und der andere, die andere, Hella ist natürlich die aufgedrehte, leicht Verrückte, die da rumschwirrt, hat das die Veranstaltung schon ein bisschen anders dargestellt. Also es gab jetzt natürlich auch keine Skandale über irgendwelche Äußerungen, die sie getroffen hat. Aber also so ein bisschen Interaktion mit einem anderen Menschen, vielleicht muss es nicht heller sein, hat dann tatsächlich doch gefehlt. Und da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass da noch was kommt. Die Veranstaltung war insgesamt wieder sehr, sehr lang, weil es musste wieder sehr viel musiziert werden und wieder Pausen und ähnliches. Und das hätte ich ehrlich gesagt nicht gebraucht. Und da hoffe ich, dass man vielleicht da ein bisschen an dem Ablauf noch was machen könnte. Ansonsten gab es diverse Preisträger, die da ausgezeichnet wurden. Da war man, glaube ich, insgesamt recht zufrieden damit. Und wie war dein Eindruck, du als Jungfrau beim Max- und Moritz-Preis, Patrick? Mir hat auch irgendwie der Konterpart zu Herrn Gasser gefehlt. Ich hatte fast schon irgendwie gehofft, dass ein Hannes Bender, wo er jetzt auch beim Comic-Talk für heller von Sinn eingesprungen ist, dass der da vielleicht den Konterpart gegeben hätte. Weil ich meine, wir haben Hannes Bender immer wieder gehört. Also wir haben ihn nicht unbedingt gesehen, aber wir haben dieses Lachen von ihm gehört. Und dann haben wir rüber geschaut, stand auf einmal Hannes Bender neben uns. Hätte er auch gut mithelfen können. Es war wirklich ein bisschen langweilig, wirklich nach jedem, nach jeder Verleihung musste dann nochmal die Band von Erlang spielen. Natürlich, es hat was Lokales, aber irgendwo hat sich das dadurch dann ein bisschen gezogen. Und ich dachte dann ab und zu nur, bitte schlaf nicht ein, bitte schlaf nicht ein. Ich sitze hier gerade mit der gelben Kappe, es wird auffallen. Vor allem, weil ich in der fucking ersten Reihe sitze. Aber es war von den Preisen her auch so gesehen wenig überraschend. Wer dann jetzt die Preise gewonnen hat, war nicht lustig, habe ich es eigentlich zehn Meter gegen den Wind gerochen, dass Joscha Sauer das Ding mit nach Hause nimmt. Ja, wir hatten ja einen Preisträger sogar vorher besprochen, nämlich Hörnur Schöne Marcia. Der war ja schon bei uns im Podcast mal besprochen worden. Das fand ich ganz interessant. dass das dann noch dazu kam. Aber was auffällig war dieses Jahr, wir hatten von den wenigen Kategorien gab es ganze drei Preisträger und Preisträgerinnen aus der Schweiz. Also fand ich ja schon sehr überdeutlich repräsentiert. Aber ich kann natürlich zu den Comics, die ich nicht gelesen habe, kann ich jetzt natürlich wenig Auskunft geben. Ja, das ja, also wir haben da zum Beispiel Fürchten lernen von Nando von Arp ist ausgezeichnet worden. Wäre interessant mal zu lesen. Ja, tatsächlich. Habt ihr von den Preisträgerinnen und Preisträgern was gelesen? Also jetzt die typischen wie Barbara Jellen, die einen Spezialpreis der Jury gekriegt hat. Das hatten wir natürlich auch schon oft. Habt ihr von den anderen was gelesen? Ja, tatsächlich. Also genau, Barbara, wie gesagt, Spezialpreis hat einen Freund und ich auch sehr für die Barbara und der Herausforderungslebenswerk eben auch für den Juan. Auch cool, denke ich. Lustig ist klar. Was ich noch nicht gelesen habe, aber hier schon liegt übrigens immer am Stapel, ist das, was das deutschsprachige Comic-Debüt von einem Tobias Eschbacher. Da habe ich das erste Mal Eschbacher gelesen und da habe ich Aschebächer gelesen. Das ist er nicht. Nee, das ist der Tobias Eschbacher. Der hat Der letzte Löscht das Licht geschrieben und der hat auch diesen Preis gewonnen. Was ich gelesen habe, ist den besten Kinder-Comic. Dem ist Boris Babette und Lauter Skelette von Natanja Esch. Die hatte jetzt neben der deutschen Jugendliteratur irgendwas preis, hat jetzt auch den noch gekriegt und also ich glaube, an Preisen mangelt es diesem Comic nicht. Was ich hier habe, digital, also ich habe die alle digital da, aber ich habe es noch nicht gelesen, United Queerdom von Kate Charlesworth kann ich gar nicht einschätzen. Den Marcelo Quintanilla hatte ich ja in München auf der Bühne beim großen Südamerika-Gipfel für den besten internationalen Comic hat der hier gewonnen und ich würde den Teufel tun, das zu kommentieren, aber ich kann mir nicht vorstellen, das sind ja auch andere. Also ich finde den nicht geil, doch ich kommentiere es. Es ist okay, der Comic, aber der ist auf gar keinen Fall der beste internationale Comic. Sorry, ist er einfach nicht. Bester deutschsprachiger Comic von Nando Arp, keine Ahnung, sieht aber geil aus. Da geht es ja um Angstzustände und Angstzustände werden hier von Nando, der oder die hat scheinbar da Erfahrungen hier präsentiert und das Spannende daran ist dann einfach die mal letztlich diese Angstzustände und man hat mal eben keine Angst, ist halt keine Lösung für, ja, man hat Angstzustände. Das zu erklären und die Situation zu verdeutlichen, das finde ich schon ganz spannend und was mich wirklich aber bei allem insgesamt am meisten überrascht hat, ist, dass die beste deutschsprachige Comic-Künstlerin, die Anna Sommer, von der hatte ich auch vorher noch nie was gehört. Bekannet ihr Anna Sommer? Tatsächlich nein. Nein. Ich fand es auch bei zwei Nominierten schade. Ich habe zum Beispiel Hero von Inio Asano gelesen, den ich wirklich einen sehr schönen, düsteren, abgefuckten Manga fand. Da fand ich schade, dass er nicht gewonnen hat, weil damit hätten sie auch den Manga so ein bisschen repräsentieren können und natürlich das Fun-Girl von Elizabeth Pich nicht gewonnen hat. Dem hätte ich es auch gegönnt, aber an sich, ja, es war eine okaye Veranstaltung, ein bisschen mehr Tempo hätte da trotzdem nicht geschadet. Na, da bin ich mal gespannt, wer das Ding in zwei Jahren moderiert. Hennes! Gerne nach der Hennes. Das wäre auf jeden Fall unterhaltsam, ja. Ja. Das stimmt. Aber geil ist ja eigentlich nicht die Preisverleiherung geil. Die Preise sind okay, ich freue mich für alle, aber geil ist doch danach. Oh ja. Dieses Jahr gab es wieder Freibier. Vielen Dank an die Mädels und Jungs von Delphine und Prinze Tocticated. Die haben nicht aus diesem Jahr haben die Geld in die Hand genommen, irgendwas Vierstelliges und haben das Freibier bezahlt. Normalerweise hat das die Jahre davor immer der Salon gemacht, diesmal leider nicht. Und das hatte zur Folge, dass wir hätten alle selbst bezahlen müssen. Das heißt also, in diesem Jahr hat es der Verlag gemacht. Das war ganz toll, hat auch relativ lange gehalten und zwar ein schöner Abend. Aber meine Idee ist, das will ich nochmal so in den Raum stellen und vielleicht auch seit zwei Jahren Zeit, die Idee, damit sie gären kann. Aber ich denke, ein Crowdfunding für freie Getränke nach dem Max- und Moritz-Preis ist lang überfällig. Eines, das natürlich nicht nur Bier, sondern auch alkoholfreie Getränke anbietet. Das fände ich ganz toll. Und ich weiß noch, also ich sag mal so, ich bin mir sehr sicher, dass ich zu den fünf letzten auf dieser Veranstaltung gezählt habe. Wir wurden quasi rausgeschmissen, sehr rabiat im Sinne von, so trinkt jetzt aus oder schüttet's weg, ihr müsst jetzt gehen. Also es war halt schon, es war spät und es ging lang. Uns hat geregnet, wie immer. Ja, nee, wir waren zusammen mit Andi Papelitzki und Nils Ostkamp. Haben wir noch wen vergessen? Naja, eine Menge Namen, aber ich will mit dem Namen ein bisschen zurückhalten, weil es ja auch irgendwie halt privat und so ist. Ja, ja, aber wir waren lange da. Wir waren die Last Man Standing, sagen wir es, wie es ist, an dem Abend. Ergänzt zu Max- und Moritz-Preis möchte ich noch sagen, dass bei diesen ganzen Comic-Preisen immer auch die Zusammensetzung von Juries immer heiß diskutiert werden auf dem Salon. Und ich habe mir gedacht, als das Thema Kindercomic kam, warum besprechen ja eigentlich Erwachsene das Thema Kindercomics und habe dann beschlossen, zwei Comics vom Salon mitzunehmen, um das mal live an echten lebenden Kindern auszutesten, wie die das wohl finden. Und die Resultate findet ihr irgendwo am Ende dieses Podcasts, würde ich sagen. Ich glaube, schon reingehört, das klingt total toll. Habt doch noch eine Comic-Besprechung hier bekommen. Sehr geil, das wäre Freitag. Wir haben schon eine Stunde zusammen und mein Aufzeichnungsschlot für heute ist sehr klein. Vielleicht können wir ein bisschen über Samstag und Sonntag noch reden. Sehr gerne. Wir haben doch keine Zeit. Möchtest du starten? Ja, also auch hier wieder jede Menge Interviews, sowohl am Samstag als auch am Sonntag. Dann war Samstag das Panel Comics gegen rechts. Davon gibt es ebenfalls auch eine Aufzeichnung, die habe ich sogar schon gesehen. Die wird demnächst online veröffentlicht werden auf dem YouTube-Kanal von der Comics-Solidarity. Da hört mal rein. Da ging es tatsächlich um diese Aktion Comics gegen rechts, diese Hashtag-Aktion, wo vor allem Artists letztlich Dinge posten können unter diesem Hashtag. zu einer konzertierten Veranstaltung, wie und warum und was und so. Das kriegt ihr alles in der Aufnahme raus, die wir dort haben. Die wird kommen, die klingt toll, die sieht toll aus. Daumen nach oben. Diverse hochkarätige Interviews unter anderem habe ich länger mal den Ralf König sprechen können, der ist einfach toll. Und dann fand es natürlich auch statt am Samstag das große Comic-Podcast-Treffen. Das ist auch inzwischen schon veröffentlicht. Das habt ihr hier bei den Comic-Cookies in der letzten Ausgabe schon gehört. Das haben wir quantitativ auch geschissen bekommen. Das funktioniert. Und abends war noch die Ginko-Preisverleihung. Da habe ich Social Media gemacht für den Ginko. Das war auch ganz toll. Da springe ich jetzt einfach mal kurz drüber. Da waren wir alle drei vor Ort. Unter anderem hat Oma Gurke gewonnen. Den habe ich hier glaube ich auch schon besprochen. Das fand ich ganz toll. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie, ich glaube es war sogar der Patrick Wirbeleit selbst, der auf der Bühne stand und nachdem sich zuvor die Lara noch mehr oder weniger entschuldigt hatte im Sinne von, naja, es gäbe hier auch nicht viel zu gewinnen und so meinte der Patrick Wirbeleit zu Recht. Naja, bei Max und Moritz Preis hingegen, der am Vortag stattfindet, da gibt es ein großes Brot zu gewinnen und hier immerhin, keine Ahnung, waren es tatsächlich 300 Euro oder sowas und das ist schon was anderes. Insofern ist es ein toller, toller Preis, tolle Preisverleihung. Sie war relativ schnell vorbei. Sie hatten eine Stunde und sie haben glaube ich 33 Minuten gebraucht oder so. Es war schön, es war kurzweilig, die Gewinn, den kann ich leider gar nicht einschätzen, kenne ich nicht, außer noch natürlich noch vom Matthias Lehmann, der hat einen Herzenscomic, das ist quasi so eine positive Honorable Mention bekommen, das ist schon toll und ansonsten natürlich Oma Gurke, das wäre mein Samstag gewesen. Die Herren, haben Sie noch Ergänzungen? Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Immer, immer. Patrick, starte. Ja, ich bin Lara vor der Verleihung noch mal über den Weg gelaufen und ja, sie hat mir versprochen, ja, keine Sorge, du hast den Max- und Moritz-Preis überlebt. Ich bringe das schneller über die Bühne, ich verspreche das und ja, es wurde sehr, sehr schnell über die Bühne gebracht, wen ich jetzt auch lobend erwähnen wollte. Ich habe auch endlich Marschlogger getroffen, ich habe ja auch schon ein bisschen was mit ihr vercast, mich hat es gefreut, sie mal endlich persönlich kennenzulernen. Noch dazu habe ich Jörg Butgereit getroffen, an dem Abend habe ich noch Thilo Gose Johann zufällig getroffen und ja, Wolf Speer hat uns auch was eingesprochen, also auch eine sehr bekannte Gamer-Legende. Hat mich da auch gefreut, da wirklich wieder ein paar neue Bekanntschaften zu schließen. Und ansonsten, ja. Stimmt, Party im E-Werk, ne? Und da waren auch diese Lesen von Butgereit und so, das war ja alles ganz nice. Das hat alles Spaß gemacht. Ich sehe schon den Bildungsaustrag, hier muss ich übernehmen, ich habe mir nämlich angeguckt, Gendern in Comics, wie kann das angehen? Ein Vortrag von Hans-Peter Reiter, der das sehr wissenschaftlich angegangen ist und ich glaube, im Publikum hat man sich mehr von so einem gesellschaftspolitischen Standpunkt aus das Ganze gewünscht, also dass man da sagt, wir brauchen das unbedingt und so fort und der Mann ist sehr wissenschaftlich angegangen und hat gesagt, ja, wie ist denn das eigentlich so mit der Lesbarkeit und hat sich Fälle davon, wo das mit dem Gendern im Comic gemacht wurde, rausgesucht, fand ich sehr spannend, genau wie der Vortrag danach, Othering und Kolonialismus von Professor Jörn Ahrens, das ist ein Kultursoziologe, der sich den Comic Ata Gall, also die Rache an einem, ja, wie soll ich das sagen, Kolonial-Sklavenhalter von einem afrikanischen Sklaven angeguckt hat, auch sehr interessant. Dann natürlich die Signieraktion bei Bela Sobotka, das gehört natürlich standardmäßig zum Salon dazu, das ist gar keine Frage und ihr habt es schon angesprochen, der Ginkgo hat mir durch seine Geschwindigkeit sehr, sehr gut gefallen, da ging es wirklich ordentlich zur Sache, die Lara ist da sehr durchgepeitscht, also manchmal hätte ich fast gesagt, also ein paar Sekunden hätten wir schon noch warten können, Matthias Lehmann kam auf die Bühne, wusste nichts von seinem Glück und hat Danke gesagt und ist wieder gegangen, also das, so schnell habe ich noch jemanden einen Preis bekommen sehen, wie bei Matthias Lehmann, aber war trotzdem natürlich sehr sympathisch. Was mir jetzt bei diesen ganzen drei Preisen natürlich aufgefallen ist, ist, dass es Comics gibt, die sind zweimal nominiert und sehr oft nominiert man sich einfach auch selber und es gab einen Comic, der war sogar dreimal nominiert und der hat dann auch einen Ginkgo-Preis gewonnen, nämlich der Comic Oma Gurke, Weltraumpolizistin Oma Gurke und man sieht offensichtlich, wenn man hartnäckig genug ist, dann einen von drei Preisen bekommt man dann auch, aber der Comic ist ja auch mit hier in die Kinderwertung eingeflossen, die hier im Anhang ist, werdet ihr was dazu hören, wie der so war. Oma Gurke mochte ich übrigens, also schöner Kindercomic. Guck gerne mal vorbei auf der Seite vom Ginkgo Award, da gibt es auch Fotos von der Preisverleihung, kann sein, dass fast alle ich davon geschossen habe, aber die sind auf jeden Fall ganz nice, war cool, schön veranstaltet. Und wenn ihr wissen wollt, was sich auf unserem Twitter-Account befindet, da sind echt viele Fotos, die ich geschossen habe. Cool. Und ja, aber natürlich eine andere Perspektive. Aber es ist eigentlich jeder Preisträger ist drauf gewesen diesmal, weil man sitzt ja in dem Keller von dem E-Werk ganz gut und war kuschelig und ja, kann gern so weitergehen. Dann kämen wir schon zum Sonntag. Was ist bei euch Sonntag abgegangen? Vielleicht kann ich da mal ein bisschen vorbreschen, weil tatsächlich mein Slon, ich habe familiäre Gründe, mach es mir schwer, hier länger zu sein. Ja. Also wieder geil Interviews, bam, alle mega, richtig top. Wenn insgesamt, wenn alles klar geht, acht Ausgaben am Telestand durch so viele Interviews sind es geworden. Unter anderem habe ich auch ein Interview veröffentlicht, das auch am Sonntag stattfand, wo ich noch nicht weiß, ob ich es veröffentlichen werde. Seid gespannt. Dann gab es ein Panel zusammen mit Comic Solidarity, Comic Gewerkschaft und Comic in Bayern über Grassroots-Bewegungen und Engagement in der Comicszene. Auch das war meines Erachtens eines der wichtigsten Panels auf dem ganzen Salon, weil es hier letztlich um die Zukunft des Salons geht und vor allem auch der Comicszene geht, weil hier einfach Institutionen am Start sind, die langfristig strukturell was an der Szene so positiv verändern wollen. Wir müssen gucken, ob das so funktioniert und ich sage mal so, leider ist diese Einsicht mit der Wichtigkeit dieses Panels vielleicht nicht auch im Publikum so breit angekommen. Auch da hätte ich mir etwas mehr Beteiligung seitens des Publikums gewünscht. Auch da gibt es eine Aufzeichnung. Mal schauen, ob wir die verwenden können. Das war dann tatsächlich so das große Highlight. Wenn ich noch andere Punkte kurz ansprechen kann, insgesamt fand ich das Panel-Programm wieder herausragend gut. Es war ein gut gemachtes Panel-Programm. Es war teilweise wieder enorm mit heißer Nadel gestrickt. Ich war noch sehr involviert. Ich freue mich sehr, dass hier der Alex Jakubowski sehr viele, der wirklich herausragend und interessanten Panels moderiert hat. Also ich kann mich da erinnern, irgendwas zum Manga-Boom hat er gemacht und auch irgendwas, also es war ganz viel. Ich will jetzt nicht alle aufzählen. Es waren richtig viele, richtig tolle Panels. Ich hoffe es ist stark, dass die allesamt nochmal auch beim YouTube-Kanal erscheinen werden. Es wäre ein Verlust, wenn das nicht noch in irgendeiner Form passieren würde. Und ich kann mich auch an den Panel erinnern, die sind die letzten einzigen beiden Panels, die ich als Privatperson teilgenommen habe. Einmal zur Comic-Förderung in Deutschland insgesamt. Das war was, das hat der Lars von Törner moderiert. Das war ganz nett, aber leider wenig Gewinnbringend im Sinne von Wertschaffen. Da war nichts Neues dabei. Die Auswertung, die da gefahren ist, zur Frage, wer wird eigentlich gefördert mit Comic-Preisen zum Beispiel, war sicherlich für Leute interessant, die da noch nicht so viel mit zu tun hatten. In dem konkreten Jahr war das zum Beispiel auch für die Birgit Weihe, die ja ganz tolle Arbeiten leistet, aber eher aus dieser künstlerisch wertvollen Schiene kommt. Total faszinierend, dass so Genre-Comics tendenziell nicht ausgezeichnet werden. Das hätte der Birgit auch schon mal vor zehn Jahren jemand sagen können. Also für mich war das leider wenig wertschöpfend, aber im Grunde nach ein tolles Panel. Ich frage mich auch ein bisschen, wie man so diese Panels zusammensetzt und warum da sieben, acht Leute auf der Bühne sitzen müssen, von denen jeder mal fünf Minuten was sagen darf. Also da kann man nochmal drüber nachdenken, aber inhaltlich war das schon top. Was mich ein bisschen enttäuscht hat und das lag wohlgemerkt nicht an der Moderation, sondern einfach an dem, ja wieder am wertschöpfenden Aspekt, war die Elefantenrunde. Hier saßen viele tolle, interessante Menschen von großen und kleinen Verlagen, in dem Fall auch auf der Bühne, moderiert von Alex Jakubowski, der es meines Erachtens in diesem Jahr sehr gut geschafft hat, die wichtigen Themen des Salons allesamt auf die Bühne zu heben und hier entsprechende Fragen zu platzieren. Ich bin der Meinung, dass es im Gegensatz, dass es vor zwei Jahren nicht so funktioniert hat, da war sich der Long, der Long hat da Themen definiert, die er gerne in seinen Panels gesehen hat, aber das waren nicht die Themen, die die Szene gerade bewegt hat und ich finde insbesondere Förderung, Manga, Nachwuchsförderung und so, das sind gerade die relevanten Themen der Szene und die habe ich in diesem Jahr sehr präsent gesehen. Das hat mir persönlich sehr gut gefallen. Ich habe hier noch eine Menge Dinge liegen, die ich an Comics noch habe, da könnt ihr gerne gleich nochmal sprechen, die Aufzeichnung läuft ja weiter, meine Herren, aber ich habe eine Handvoll Comics hier neben mir liegen, auf die ich mich sehr freue, wie zum Beispiel den Terror 3000 vom Bela Sobotke. Ich freue mich auf der letzte Löscht das Licht von diesem Herrn Aschenbecher. Liebe Grüße an den Tobias Aschebacher, das ist ganz top. Ich habe schon gelesen, das Depri-Tagebuch von Dominik Wendland, das ist schön. Donald ist 90 Jahre alt geworden, da habe ich vorab von Egmont ein dickes Paket bekommen. Der Libelle und Drachenfaust gibt es endlich, die mega dicke fünfte Edition. Liebe Grüße an den Jens, auch da habe ich mich ein Stück weit drauf gefreut und viele, viele, viele weitere Dinge. Unter anderem gibt es jetzt beim Cosmic Verlag, die ja auch diese Cosmic Anthologie machen, jetzt auch eine eigene Cosmic Edition, das ist quasi so eine Art Sublabel, ein Imprint, in dem Fall Fly Me to the Moon von Frau Berger, die hat ja auch diverse Sachen schon gemacht bei Cosmic und ihr merkt schon, ich habe viel zu erzählen und viel zu wenig Zeit und deswegen sage ich noch, dass ich es leider nicht geschafft habe, mir angemessen genug Ausstellungen anzugucken, die über weite Strecken auch toll gewesen sein sollen. Bam, zwei Jahre Comic Salon Erlang, ich bin am Start und ihr? Ich habe mir alle Ausstellungen angesehen, bam. Dann musst du jetzt mal was erzählen. Alle, alle. Ja, irgendwie habe ich es geschafft, ja. Ich habe mir auch diese Katzenjammer Ausstellung angeguckt, ich habe mir die Manga Ausstellung angeguckt, also ich glaube, ich habe zumindest alle angesehen, ich habe auch die von Jan Bintakis und Matze Ross angeschaut und natürlich habe ich auch die von Joan Esfarr gesehen, ihr könnt mich korrigieren, welche ich übersehen habe, ich habe auch die Lucky Luke Ausstellung angesehen, gefühlt habe ich alle gesehen. Was? Katzenjammer Kitz und Olivia Fieweg? Genau, also sie hatte da einiges eingesprochen, es war auch eine sehr, sehr schöne Ausstellung, ist natürlich fies, wenn zwei Jahre davor die Ausstellung von Will Eisner war, da kannst du nur abkacken im Vergleich dazu, aber es war wirklich eine schöne Ausstellung und sie hatte da wirklich einige Einspiele eingesprochen, hat mich für sie auch gefreut. Ja, tatsächlich, das war die, die ich auch noch gesehen habe, die Katzenjammer Kitz und Olivia Fieweg und gerade bei den Katzenjammer Kitz wusste ich nicht so genau, was mich da erwartet, Olivia Fieweg hatte ich ja das meiste gelesen und bei den Katzenjammer Kitz, oi 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 oi, da merkt man, dass das tatsächlich schon 100 Jahre her ist, was da gesehen wurde, also da, wenn wir uns im letzten Spiro Gedanken gemacht haben, wie da die Darstellung von People of Color ist, das ist, also bei den Katzenjammer Kitz, da wird echt alles durch den Kakao gezogen halt, es ist zeichnerisch schon unglaublich gut, muss ich sagen, aber aus heutiger Sicht würde man da vieles nicht mehr so machen, das ist auch ganz klar. Gut, jo, ist der Andi jetzt eigentlich noch da oder? Ich überlege gerade, ob ich jetzt abspringe oder ob ihr noch kurz erzählt, was uns noch erwartet, vor allem das Publikum noch erwartet, jetzt im Anschluss an unser Fazit zum Salon. Und dann würde ich mich jetzt verabschieden, würde es aber laufen lassen, ja, ich könnte einfach noch sagen, was da jetzt kommt letztlich, auf was sich alle freuen können. Okay, das ist sehr gut und du hast natürlich vollkommen recht, es ist jetzt Südhessische Geschlechtstag angesagt und erzählt natürlich jede Sekunde. Wir wünschen viel Spaß. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber ich glaube, ich muss jetzt Tschüss sagen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Jetzt sagt er, er weiß nicht, was es bedeutet. Vorhin hat er gesagt, er hätte seine fruchtbaren Tage und dann sowas, naja. Patrick, was erwartet uns jetzt noch? Also, ich habe einen Einsprecher von Jan Bintakis, beziehungsweise nein, da sind es sogar zwei. Ich habe einen von Chris Scheuer, einen von Elisabeth Pich, einen von Gordon, dann habe ich einen von Lara von Yay Comics, einen von Liger Legende, einen von Liran, einen von Iris Christidi, einen von Thomas vom Comicladen Extrabux, einen von Moritz von Wollzuge und natürlich einen von Liger Legende und von Caspar Comics habe ich natürlich auch einen. Habe ich erwähnt, dass Gordon uns mal wieder was angesprochen hat. Ich hoffe, damit das alles... Ich habe mit nichts anderem gerechnet. Ja, ich habe zu ihm gesagt, Gordon, nein. Und dann dachte ich, ja, scheiße, wenn jetzt alle einsprechen, dann lasse ich ihn auch mal wieder was einsprechen und ich habe was von Heiko Hörnig und Marios Pavlitzer einsprechen lassen, die ich dann noch in Gönheim getroffen habe. Sehr gut. Also, du warst... Nein, nicht Gönheim, sorry, sorry. Nicht in Gönheim, im Luxor Fantastics. Das ist ein Benzheim, nicht Gönheim. In Gönheim bin ich ein paar Wochen. Okay. Also, du hast die Flagge der Interviews hochgehalten. Ich hatte ja das Gerät auch dabei, habe aber tatsächlich geschafft, kein Interview zu machen, was dem auch geschuldet ist. Also, ich habe da natürlich Thorsten Brochhaus von Plem Plem Productions natürlich noch getroffen. und eigentlich unterhalten wir uns immer am Mikrofon bei jedem Salon in Erlangen, seit, ja, seit wir da hinfahren oder seitdem ich da hinfahre, ich weiß nicht, ob er vorher schon mal da war, aber dieses Jahr haben wir dann beschlossen, wir unterhalten uns einfach mal so verrückt, aber wahr und das war auch ein sehr interessantes Gespräch und selbstverständlich habe ich mir traditionell auch immer bei Plem Plem die letzten zwei Trachtmans geholt, von Jahr zu Jahr werden die immer auf den Messen geholt und, ja, auch das ist schon eine gewisse Tradition. Nicht verschweigen möchte ich, dass ich den Ginko-Preisträger Matthias Lehmann natürlich noch besucht habe, weil das war auch noch eine Aufgabe von mir, weil ich seinen ausgezeichneten Comic vom Ginko-Preis erwerben wollte und er hatte ihn tatsächlich nicht dabei, also das hat ihn komplett überrascht, aber auf einem kleinen Umweg bin ich tatsächlich noch an diesen Comic herangekommen und konnte ihn dann von Matthias signieren lassen, was mich sehr freut, weil es da nämlich nur so 50 Exemplare gegeben hat. Also toi, toi, toi. Was? Ein Anspieler hatte ich sogar noch vergessen von Michael Wild und Huggy. Also die beiden haben ihre eigene Comic-Empfehlung gecrashed. War auch sehr, sehr lustig. Und haben die ihre eigenen Comics empfohlen, oder? Nein, die haben natürlich ihre gegenseitigen Comics empfohlen. Also Michael Wild hat den aktuellen Wungshit-Comic empfohlen und Huggy hat Apfelderbarbar empfohlen, wie es halt so ist. Ja, klar. Hast du noch abschließende Worte irgendwas, was wir noch nicht erwähnt haben zum Comics-Salon Erlangen 2024? Ja, ich möchte mich bei allen bedanken, die das Jahr für mich so geil gemacht haben, weil ja, es war für mich wirklich ein chaotisches Jahr und es ist für mich mal was Besonderes, mal unter Leute zu kommen und dann nicht attackiert zu werden oder ja, Kontext für alle anderen, ich wurde letztens bei der Arbeit attackiert und deswegen war der Comics-Salon Erlangen so ein bisschen das, was ich mal wieder erleben musste, mal wieder ein bisschen den Kopf frei zu kriegen und das hat mir wirklich sehr, sehr gut geholfen. Der Lesestapel ist sehr, sehr groß und ey, da ist Nachholbedarf spätestens in München bin ich wieder dabei, aber das nächste wird es Gönheim sein, also die Pfälzer-Con, wo ich dabei sein werde. Ja, dann nehme ich die Gelegenheit auch wahr, bedanke mich erstmal bei der Stadt Erlangen und natürlich beim Pressebüro für die für die Betreuung, das macht viel aus, dass man da einen Platz geschaffen hat, wo man sich einfach mal zurückziehen kann, ein bisschen was arbeiten, ein bisschen runterkommen zwischen den Panels und so weiter und so fort, das ist eine sehr gute Sache und ist wirklich sehr, sehr gut organisiert. Ich finde es total klasse, wie die ganze Stadt plötzlich in Comic-Farben ist, wie leerstehende Geschäfte, muss man ja sagen, auch genutzt werden, um Räumlichkeiten zu bieten für Künstlerinnen und Künstler, die in dem Bereich was machen, das gefällt mir richtig gut. Und natürlich nochmal danke an Andi, der uns mit dem Cookie-Mobil Wohlbehalt nach Erlangen und zurückgefahren hat. Ja, und danke an all die Leute, die die Comic-Cookies wirklich so freudig empfangen haben, die wirklich auf mich zugekommen sind, mir was eingesprochen haben oder ein Sketchbuch gezeichnet haben. Es war für mich wirklich so eine Erfahrung, wo ich dachte, scheiße, bin ich jetzt in ein Paralleluniversum angekommen? Ich wurde auch Wochen später dann bei der Arbeit erkannt. Ach, du warst doch dieser Typ, der da über diese vielen Comic-Sachen berichtet hat und ich dachte, scheiße, jetzt werde ich sogar schon bei der Arbeit erkannt und dass die Leute auf mich abgefuckt reagieren. Also, irgendwas ist in letzter Zeit passiert. Mir gefällt's. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seht schon, Comic-Cookies hören macht natürlich sexuell attraktiv und begehrenswert. Folgt dem Beispiel von Patrick. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Und jetzt kommt jede Menge Comic-Empfehlungen und Interviews noch. Viel Spaß damit. Ciao. Ja, hallo, freut mich, dass ich da in Erlangen bin. Mein Name ist Chris Scheuer und ich bin gerade gebeten worden um eine Comic-Empfehlung, was mir nicht so leicht fällt, aber da muss ich dann doch auf den einen großen Altmeister hinweisen, Will Eisner, mit seinem Buch Ein Vertrag mit Gott, sozusagen die Urblaupause aller Graphic Novels. Danke. Hallo, ich bin Elisabeth Pisch, bin Comic-Zeichnerin von Fungirl und Co-Autorin von War & Peace und ich empfehle unbedingt das Buch Emilia von Nele Jongeling und Starkes Ding von Liga Nüssli. Zwei wunderbare, wunder, wunderbare Comics, die ich in den letzten Wochen gelesen habe und die mich tief berührt und sehr gut unterhalten haben. Also was ich gerade lese ist Razzle von Jeff Smith. Oh, der neben hier sitzt der, der freut sich. Also ich muss sagen, es ist unglaublich spannend. Ich war auch selbst überrascht, wie einen das fesselt, dieses Ding zu lesen. Ich bin leider noch nicht durch, deswegen kann ich jetzt kein abschließendes Urteil geben, aber ich möchte sagen, es ist eine super Lektüre, spannend, trotz der Dicke, ja, muss man sagen. Es ist immer wieder, also man möchte gar nicht aufhören zu lesen, ich musste nur mich zwingen aufzuhören. Und da geht es darum, dass jemand es schafft, so eine Art Interdimensionsreisen zu machen und dabei natürlich plötzlich in Konflikt gerät, erst mal mit seinem ehemaligen Auftraggeber oder Chef oder was auch immer und dann auch noch mit den verschiedenen, ja, überirdischen oder sagen wir mal, muss man natürlich sagen, übernatürlichen Problemen, die damit zusammenhängen. Russell von Jeff Smith, kann ich nur empfehlen. Ja, ich bin der Gordon, ihr kennt mich ja inzwischen auch schon und ich empfehle Hope, Ärger in Pacifica Bay von Matthias Lorenz, hat einen sehr originellen Touch, finde ich, ist, hat eine sehr lebendige Hintergrund, äh, Dings da, ja, und, ähm, also, das, das würde ich empfehlen, weil, also, das ist eine Mischung aus, äh, Cyberpunk, Science Fiction und, äh, Humor Action, ja, Manga Touch hat sie auch, so ein bisschen, aber auch so ein bisschen franco-belgisch, finde ich, irgendwie so eine Mischung aus allem. Hallo, wir sind Heiko und Marius, genau, Marius, das bin ich. Und ich bin Heiko, hallo, wir sind die Macher von A House Divided äh, und, äh, wir sind hier gerade auf dem Luxor Fantastic und haben hier gerade unsere neuen Comi verkauft, also zwei Ausgaben, A House Divided, die komplette Saga, jetzt endlich, final, fertig auf Deutsch, und Marius, hast du eine Comic-Empfehlung für uns? Ähm, ja, ich hätte sogar zwei. Eine, einfach nur aus visuellen Gründen, Masashi Kishimoto's Naruto, äh, ich finde die Strichführung von dem Zeichen einfach mega cool und eine zweite Empfehlung ist Prophet, äh, kreiert von Rob Liefeld. Du heißt Leifeld? Äh, Leifeld, Verzeihung. Aber die meinst du nicht, du meinst eine spätere Edition von Prophet. Das mag sein. Ja, ja, ihr findet das schon raus. Google einfach mal ein bisschen und guckt, bis ihr das Prophet-Zeug findet, die hat, die, die, ähm, die Trade-Paperbacks, die gut aussehen. Das ist nicht von Leifeld. Ähm, und ich empfehle die Web-Comics von Beetlebum, vom Jojo Kretschmer. Guckt euch die mal an. Die sind auch gut. Und ansonsten, kauft House Divided die komplette Saga, äh, entweder bei uns im Shop oder überall Wussbücher gibt. Jawohl, Dankeschön. Hallo, hallo, hier ist Hugie, der lustige Mangaka. Hört immer die Comic-Cookies und ich empfehle euch, äh, Apfel der Barbar von Michael Wild. Da stehe ich nämlich gerade davor und der malt mir da was rein. Und ich empfehle euch Teddy Boys Love von, wie heißt er denn? Marcel Hugie Hugenschüt, den ich noch nie zuvor gesehen habe. Total, ja, genau. Ich betreibe jetzt Michael Wild. Tschüss. Also mein Name ist Iris Christidi und ich bin, äh, Comiczeichnerin für Comic-Salon hier in Erlangen. Und, äh, ich würde, also mein eigenes Comics, äh, das, äh, Lamsi heißt, würde ich empfehlen, natürlich, Lamsi. Ähm, ich lese nur, was, äh, da hinten steht von meiner Comic. Äh, das ist, ähm, also ich lese das auf Englisch. Es ist ein lang-lasting, Ideas für ein lang-lasting Comics-Graphic-Novel-Projekt that I have. These pages read more like a, kind of a teaser for a bigger story that I have in mind. The half-autobiographical, half-autofictional narrative about memory and identity that recounts the search for my roots in an epic journey, not without paralleling Homer's odyssey, well, I am Greek, I have to say, across Europe, to Greece, from some hypothetical Berlin. And how a bunch of mythological characters make their way into the modern world. So, ja, that's, äh, es ist nur so ein Anfang sozusagen, wo ich, äh, meine Gedanken über meine eigene Arbeit und wie, äh, diese Ideen zu mir gekommen sind und meine Beziehung zu dieser Arbeit und auch meine persönliche Beziehung ähm, angefangen hat. So, Sie können das alles auf twiddlecomics.com finden. Das ist meine neue Seite, wo ich, äh, meine Merch auch über die Twiddles, äh, verkaufe und Sie können sehr gerne eine Runde da machen. Vielen Dank. Hallo, ich bin Jan Winterkies. Ich sitze hier gerade bei Splitter und, äh, signiere meinen Comic den verdammten Handschlag, den ich mit Marzo Ross zusammen machen durfte. Und, äh, meine Comic-Empfehlung ist unbekannterweise, ich hab's noch nicht gelesen, aber ich fand das Cover und das Artwork irgendwie auf den ersten Blick cool, The Seventh Son. Das sah geil aus und ich bin da neugierig drauf. Also auch vom, okay. Ja. Okay, ja. Hallo, mein Name ist Matze Ross, ich bin der Autor von verdammten Handschlag, den ich zusammen mit Jan Winterkies zusammen gemacht hab. Und, äh, ja, meine Comic-Empfehlung wäre, äh, Dure Powerbomb. Mir fällt gerade der Autor nicht mehr ein. Daniel Warren Johnson. Nochmal? Daniel Warren Johnson. Ja, das ist ein sehr schöner Comic über Wrestling und eine Familiengeschichte. Packt einen, aber emotional, total. Und, äh, ist einfach coole Action, macht von vorne bis hinten echt Spaß. Hä, hä, ich bin's nochmal. Jan Winterkies von vorhin, mir ist noch was Besseres eingefallen. Äh, Ultra Mega von James Heron. Das kann ich immer wieder empfehlen. Wenige Leute kennen das anscheinend und es ist ein Kaiju-Comic, äh, der so abgefahren, abgedreht ist. Und ich hab, äh, das ist ein Comic, den ich tatsächlich am Küchentisch gelesen habe und, äh, mir ein Potz-Doppel-Tausend und ein, boah, das kann ja wohl nicht wahr sein, im, äh, rausgeschossen ist. Und, ähm, ja, der hat echt viel mit mir gemacht, der Comic. Kann ich sehr empfehlen. Ultra Mega. Also ich hab tatsächlich, äh, auf Comic-Con Stuttgart hab ich endlich, äh, das Chameleon von Sascha Derb gekauft. Wurde getauscht, ich weiß gar nicht. Und das hab ich schon länger im Auge gehabt, aber das ist wirklich ein mega guter, abgeschlossener Comic-Superhelden-Band, Superhelden-Comic-Band. Und den kann ich nur empfehlen. Also der ist schön düster, krasse Story, gut gezeichnet. Aber Jens, du musst doch sagen, wer du bist, sonst wissen das die Leute. Ich bin's, der Jens Kasper von Kasper Comics. Ich mach auch Superhelden-Comics, deswegen weiß ich Bescheid. Äh, Libelle und Drachenfaust, genau. Aber meine Empfehlung, Das Chameleon von Sascha Derb und Pjern Hammel, glaub ich. Kann ich auch empfehlen. Andi wahrscheinlich auch. Hab ich nicht gelesen. Oh. Der Sascha hat zu viel gemacht, ich hab echt nicht gelesen. Ja, aber das ist, Ratten und, ja, Ratten ist super. Ratten und Das Chameleon. Ja, ich fand ich von Sascha, da ist tatsächlich die Archie Noah. Ja, die fand ich auch gut. Die hab ich noch nicht gelesen. Archie Noah, oder? Ja, ja, ja. Also wie Flamen Noah. Genau. Neuer. Neuer. Neuer, Neuer. Dann danke dir. Gerne. Hallo, ich bin Lara vom Podcast Papierdrachen, dem Podcast für WürfelfreundInnen und meine absolute Comic-Empfehlung für den Erlangen Comics Salon 2024 ist auf der anderen Seite da drüben der Comic Würfel doch mal auf Initiative. Da geht es nämlich darum, eines Lives of Life Manga-Geschichte von Leuten, die auch Dungeons & Dragons spielen. Lest mal rein. Und wenn man sagt, ich lese auch US-Comics, bin ich offen für, da mag ich den Autor Matt Kind ganz gerne. Der ist berühmt geworden für das, was gar nicht so sein Bestes ist, aber der hat den Keanu Reeves dazu gebracht, auch einen Comic mit ihm zusammen zu schreiben und das ist Berserker. Und deshalb ist der Autor Matt Kind ein auflagenstärkster Autor überhaupt jetzt die letzten Jahre gewesen, aber die anderen Comics von ihm, die sind richtig gut. Auf Deutsch ist rausgekommen Mind Management. Da hätte ich nie gedacht, dass es jemals auf Deutsch rauskommt. Das ist so sein Erstlingswerk. Das ist das Ding, wo er erstmals hauptberuflich sich getraut hat, seinen bisherigen Beruf über den Nagel zu hängen und nur einen Comic zu machen. Das war damals Mind Management. Das ist vor vielen Jahren in den USA bei Dark Horse erschienen und jetzt kommt es bei Skinless Craw auf Deutsch raus. Es werden drei dicke, fette Sammelbände sein und die ersten zwei sind schon auf Deutsch erschienen. Bitte berücksichtigen, das ist sozusagen sein Erstlingsvollberufswerk. Da kommen aber viele Wege, wie man Comics erzählen kann, erstmals vor, wofür er später halt das Genie geworden ist. Wenn er das bei anderen Serien noch verbessert, verfeinert hat, wenn es in die Metaebenen geht, ist das alles schon bei Mind Management im Ursprung aufgetaucht. Mind Management ist eine US-Comic-Heftserie bei Dark Horse gewesen, die viele Hefte hatte und es gibt Text, es gibt Bild und bei ihm jetzt immer noch mehr, was man miteinander verknüpfen muss, um die Geschichte wahrzunehmen und zu erfassen. Das heißt, man muss wach sein, wenn man das Ding liest. Mind Management, Skinless Craw, bisher zwei von drei, Gesamtausgabe, Bände erschienen, kann ich empfehlen. Hallo, mein Name ist Liran, ich habe das Projekt Seelenkurs, mit dem ich hier auf dem Comicsalon bin, eine quere Romanze im Fantasy-Setting und ich habe eine Comic-Empfehlung für euch und das ist Oneira. Das ist ein wunderschöner Manga mit richtig tollem Artstyle, also lohnt sich bestimmt, da mal reinzulesen. Ich heiße Moritz von Wollzogen, von mir stammen die beiden Comics Totality, Fliegende Schatten, erschienen bei Zwerchfell und die Aeroplan in Brescher, erschienen bei Natalia Lauer, Edition Natalia Lauer. Und mich haben Comics beeindruckt, die ich jetzt in Ausstellungen und auf Lesungen erlebt habe und einige auch nur unvollständig. Also zum Beispiel Lucky Luke, den Lucky Luke Band von Blutsch, genauen Titel habe ich vergessen, dann von Thomas von Steinecker und David von Bassewitz, Stockhausen, der Mann, der von Sirius kam, da habe ich nur eine Lesung miterlebt, die war sehr beeindruckend, weil wirklich versucht wird, Musik im Comic darzustellen, was sehr schwierig ist bei diesem Medium. Das sind die beiden, die mir jetzt erstmal einfallen. Hi, ich bin der Thomas von Extra Books. Kennt ihr natürlich der beste und älteste Comic-Shop überhaupt. Meine Comic-Empfehlung, nicht mehr die allerneueste, aber die geilste in der letzten kurzen Zeit, ist 8 Billion Genies. Jeder Mensch auf der Welt kriegt gleichzeitig einen Wunsch und es eskaliert vollkommen. Viel Spaß. So, liebe Hörerinnen und Hörer, ich war in Erlangen auf dem Comic-Salon und auf dem Salon wurden ja auch einige Preisverleihungen für Comics durchgeführt. Und bei diesen Preisverleihungen war es auch so, dass es die Kategorie Kinder-Comics gab und da habe ich mir gedacht, ja, das ist ja gut, wenn Erwachsene das so besprechen, wie die Kinder-Comics so sind, aber viel besser wäre es ja doch, wenn Kinder auch so besprechen, wie sie Comics, die extra für sie gemacht wurden, denn eigentlich so finden. Und da habe ich mir aus Erlangen mitgenommen, den Comic Nika Lotte Mahngold, immer was los, aus dem Hause Rotobol. Und ich habe jetzt jemanden hier, der diesen Comic gelesen hat. Wie heißt du denn? Ich heiße Frieda. Und wie alt bist du, Frieda? Und in welcher Klasse bist du? Ich bin zehn Jahre alt und in der vierten Klasse. Und du hast heute diesen Comic gelesen. Wie lange hast du ungefähr gebraucht? Ich habe ungefähr zwei Stunden gebraucht, aber ich habe nicht die ganze Zeit durchgelesen, sondern auch Pausen zwischendurch gemacht. Und worum ging es in dem Comic? In dem Comic geht es hauptsächlich um drei Mädchen, die halt, wie schon das Buch heißt, dass immer was los ist bei denen. Sie erleben immer viele Abenteuer und das ergibt sich dann halt zu verschiedenen Geschichten. Also es ist nicht eine durchgängige Geschichte, sondern mehrere kleine, richtig? Ja. Und wer waren die Hauptfiguren und was haben die alles so weit erlebt? Die Hauptfiguren sind Nika, Lotte und Mangold. Das sind drei Mädchen und zum Beispiel in einem Kapitel fahren sie zusammen in den Urlaub, sozusagen. und am Anfang ist alles ziemlich langweilig, weil die alles, weil die eine das schon alles kennt, aber dann entdecken die was Neues und dann wird es richtig spannend. Mhm. Und gibt es auch noch andere Charaktere in den Comic? Und was haben die so alles gemacht in dem Comic? Also es gibt auch noch die kleinen Geschwister von Mangold, das sind Rosa und Kiwi. Die beiden machen immer sehr viel Unsinn und können sehr schlecht einschlafen. Dann gibt es noch auch Freunde von den dreien. Das sind zum Beispiel Merlin, Luki, Emil, Karl, Toni und Ike. Die sind halt immer in den verschiedenen Geschichten. Je nachdem, was für eine Stelle das jetzt ist, wenn die zu Hause sind, treffen die sich manchmal mit dem und spielen auch Spiele. Mhm. Und was gab es auch mal Probleme oder Konflikte in der Geschichte? Also es gab schon ein paar Probleme, weil dort haben sich manchmal haben die sich halt gestritten, was sie jetzt irgendwie machen wollen halt sozusagen. Weil zum Beispiel wollte die Lotte mal in Lionsgates fahren, aber dann wollte zum Beispiel Mangold reiten gehen. Okay, das ist natürlich ein Problem. Und wie haben die das gelöst? Die haben sich dann entschieden, dass sie alles nacheinander sozusagen machen. Die haben ausgelost. Also dann wurde zum Beispiel ein Zettel gezogen und dann stand da Mangold drauf und dann haben die das halt zuerst gemacht, dann haben die nochmal gelost, dann kam das, was die Lotte wollte und dann haben die nochmal gelost und dann kam das, was die Nika wollte. Okay. Und welche Stelle im Comic hat dir am besten gefallen und warum? Also mir hat am besten sozusagen aus dem ersten Teil eine Stelle sehr gut gefallen und 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 zwar die Stelle wo die also die haben so wie so eine Schneeballschlacht gemacht mit zwei Burgen wo die im Prinzip die Fahne von der anderen Burg klauen mussten und da hat das eine Team dann das andere sozusagen besiegt und das war dann eine sehr lustige Stelle weil alle waren voll mit Schneebellen und die Wörter die sie da verwendet haben waren auch sehr witzig okay weißt du davon noch welche Worte das waren also da war zum Beispiel das Wort also ich sag jetzt mal so in Sätzen zum Beispiel sie haben uns mit Schnee gewaschen überall das fand ich halt so auch eine sehr witzige Stelle okay gab es denn auch was was du nicht verstanden hast oder das verwirrend war für dich ja in dem ungefähr dritten Teil und zwar haben die da so ein Referat also die Mangold musste ein Referat halten überschlangen und ja dann hat die im Prinzip das ähm also die kleinen haben ihre kleinen Geschwister haben dann was gebastelt und das verstand ich nicht so ganz was die da so wirklich gemacht haben hattest hattest du den lieblings charakter in dem comic und wenn ja warum gerade den oder die also mein lieblings charakter war die lotte weil die war halt immer sehr gut drauf und ihr charakter hat mir gefallen und auch was sie halt so gerne machen wollte und würdest du den comic auch weiterempfehlen und wenn ja warum also ich würde den comic auf jeden Fall weiterempfehlen weil er ist sehr spannend und in dem comic geht's da kann man halt auch so ein bisschen drüber nachdenken wie es in seinem Leben so abläuft zum Beispiel wenn die jetzt ein Referat für die Schule machen müssen dann habe ich auch ein bisschen an meine Probleme in der Schule gedacht weil die das halt auf den letzten Drücker gemacht hat dann habe ich so ein bisschen überlegt wie ich mein Problem auch lösen könnte und dann habe ich halt die Geschichte weiter gelesen und habe dann auch gesehen wie andere das lösen würden also du hast dich wiedererkannt ja dann kommen wir mal zu den Zeichnungen haben die dir gefallen ja die Zeichnungen waren auf jeden Fall sehr kreativ und sehr lustig auch es gab zum Beispiel Leute die jetzt wo man die Augen fast gar nicht sah aber auch Leute wo man die Augen wo die richtig rausgestochen haben und wie fandest du die Farben die verwendet wurden in den Comic also die Farben haben mir richtig gut gefallen weil halt nicht so viele dunkle Töne verwendet wurden sondern eher so hellere und dann wurden halt auch so ein paar mit den Details die dann immer noch mal eine andere Farbe hatten das fand ich dann immer sehr toll und da wurde ja so eine Schrift verwendet die hat jemand direkt mit der Hand geschrieben konntest die du gut lesen also ich konnte die sehr gut lesen sogar ziemlich einfach weil alle Buchstaben waren im Prinzip groß geschrieben und zwar jetzt auch nicht unordentlich und haben dir die Bilder geholfen die Geschichte zu verstehen auch ja schon weil sonst wüsste ich zum Beispiel nicht was genau in dem Moment passiert wäre und wer das gesagt hätte aber ja die Bilder haben mir schon ziemlich doll geholfen gab es denn eine Seite die oder ein Bild die dir besonders gut gefallen hat also wo du gesagt hast das finde ich jetzt sehr schön gezeichnet oder das hat mich jetzt überrascht sowas also also die die seiten haben keine namen aber ich fand die eine seite ziemlich schön da war so ein großes bild drauf und halt auch ziemlich viele einzelne bunte details das hat mir sehr gut gefallen und wenn du etwas an der Geschichte ändern könntest was würdest du machen wenn du da irgendwas ändern könntest oder wenn du was anderes beschreiben könntest also ich würde tatsächlich nicht so viel ändern weil es schon jetzt spannend ist aber wenn ich was ändern würde dann wäre es nicht so vom Schreiben her sondern dass ich eher das Buch dass ich da Nummern oder so mache auf die Seiten oder irgendwie so um mich ein bisschen zu orientieren aber sollte ich irgendwas verändern an dem Text oder so dann würde ich zum Beispiel verändern dass die manchmal stand da zum Beispiel also da standen zum Beispiel drei Ausrufezeichen dahinter und ich glaube so laut kann fast niemand schreien deshalb würde ich da nur einzeln machen und ja sonst eigentlich nichts Hast du denn eine Idee für eine Fortsetzung der Comics also es gibt ja insgesamt drei davon die solche Geschichten schreiben aber wenn du jetzt was weiterschreiben könntest welche interessanten Erlebnisse oder sowas könnten die Mädchen haben also wenn ich den Comic weiterführen würde dann würde ich zum Beispiel dass die irgendwelche Haustiere bekommen weil die haben tatsächlich keine in der Geschichte niemand von allen rein und deshalb würde ich da zum Beispiel Mangold bekommen Haustiere oder so die Kapitel Fortsetzung sozusagen machen aber sonst fällt mir jetzt auch nicht so wirklich was ein Welche Haustiere sollten die denn kriegen Also vielleicht Kaninchen Hunde Katzen oder irgendwas Süßes Wie wäre es mit Spinnen Garantiert nicht Okay ich sehe schon das wird nichts mit der großen Vogelspinne für die Mangold Dann vielen Dank Frieda und Tschüss Tschüss So zweiter Teil des Experiments Comics für Kinder aus Erlangen und wir haben hier den Gewinner des Ginkgo Preises nämlich Weltraumpolizistin Oma Gurke Ich habe hier noch jemanden der diesen Comic gelesen hat Wie heißt du denn? Ich heiß Josi Und wie alt bist du und in welcher Klasse? Ich bin elf Jahre alt und ich bin in der sechsten Klasse Okay Josi Du hast ja den Comic gelesen Worum ging es denn in Weltraumpolizistin Oma Gurke? Also es ging um eine Oma die war in einem Alten Heim glaube ich und dann gibt es halt noch so eine andere Welt im Weltraum und da ist so ein Roboter und der wurde irgendwie mit der Oma Gurke ausgetauscht und da war der Weltraum Roboter in diesem Seniorenheim und Oma Gurke im Weltall und die hatte diese Rüstung an und dann sollte die auf einmal ganz viele Schurken fangen und sie wusste gar nicht wie das geht und dann ist sie aber doch wieder zurückgekommen zu ihrem Altenheim und dann hat dieser Roboter sich entschieden dann in dem Altenheim zu bleiben er wollte nicht mehr zurück weil er in dem wollte der nähen oder wollte der was anderes der wollte die ganze Zeit nur nähen ich glaube er wollte stricken oder ups was für andere Charaktere gab es denn außerdem noch in dem Comic außer dem Roboter und der Oma Gurke was gab es da noch für Leute es gab noch so ein Opa im Altenheim und den Chef von diesem anderen Planeten irgendwie ja und noch so ganz viele Nebencharaktere wie diese ganzen Schurken die Oma Gurke fangen muss und gab es denn ein Problem in dem Comic oder einen Konflikt in dieser Geschichte ja weil die Oma Gurke die konnte ja keinen Verbrecher fangen oder so also sie wusste als erstes gar nicht wie das geht und dann hat sie halt den Auftrag bekommen diese Verbrecher zu fangen ja und da musste sie Verbrecher fangen aber sie wollte einfach nur zurück nach Hause okay und welche Stelle im Comic hat dir am besten gefallen und weshalb am am Ende wo der Roboter dann gesagt hat dass er auf der Erde bleiben möchte das war deine Lieblings Szene ähm ähm gab es gab es in dem Comic auch etwas was du nicht verstanden hast oder was irgendwie verwirrend war nein eigentlich habe ich alles verstanden es ging direkt auf dem fremden Planeten los und du hast gleich alles kapiert äh ja nein also ich habe halt schon so verstanden dass der eine Planet ist der andere Planet und es wurde halt dann ausgetauscht ja Wodurch wurde das denn eigentlich ausgetauscht das weiß ich nicht das weißt du nicht was da los hast du denn einen Lieblings Charakter gehabt und wenn ja warum genau der oder die jenige äh ich denke mal auch den Roboter ähm der dann auf der Erde bleiben möchte okay gab es eine Szene die du besonders lustig oder spannend fandest ja wo die Oma Gucke äh die äh da Verbrecher verfolgt hat und dann sich diesen Roller von einem Kind klauen musste okay würdest du denn diesen Comic auch weiterempfehlen und wenn ja warum oder warum nicht ähm ja würde ich äh weil ich habe als erst gedacht das wäre sehr viel zu lesen weil ich nicht so viel lese aber das war eigentlich nur ganz wenig und ich habe es auch sehr schnell durchgelesen gehabt ähm ja war sehr schön also Geschwindigkeit ist für dich ein Kriterium für ein gutes Comic dass man schnell durch ist ja nein wenn wenn er halt jetzt ganz lang ist dann ist mir halt zu lang wie haben dir denn die Zeichnungen gefallen äh ich fand die Zeichnung sehr schön am Anfang also wo ich das Buch kurz durchgeblättert habe und noch nicht wusste worum es drin geht habe ich mir gedacht okay was ist das jetzt äh äh und dann habe ich das durchgelesen und dann hat man auch verstanden ja gab es ein Bild oder eine Seite die dir besonders schön vorgekommen ist oder die für dich sehr interessant aussah äh interessant aussah naja also dieses in dem Buch drin also noch nicht die Seiten das davor war ja so gestricktes äh ja so ein Pulli oder so äh ich weiß nicht also einfach so gestrickte ja äh und auf der letzten Seite war dann das so ein bisschen aufgerissen und dahinter war es Weltall okay haben dir die Bilder denn geholfen die Geschichte besser zu verstehen ja das ist eine eindeutige Antwort wenn du etwas an der Geschichte ändern könntest was würdest du denn daran ändern besser machen neue Ideen was wäre das an der Geschichte ähm ich weiß nicht vielleicht dass noch irgendwas im Weltraum passiert weil dann fängt ja diesen Verbrecher und dann ist sie dann schwupps wieder auf der Erde halt dass da noch irgendwas so passiert also du hättest doch gerne länger ähm ja so ein kleines bisschen hast du denn eine Idee für eine Fortsetzung von dem Comic und wenn ja was könnte denn so in der nächsten Geschichte dann passieren vielleicht dass die im Weltall dann nochmal Hilfe brauchen oder so weil ein Verbrecher angreift oder so äh und dann die Oma Gucke dann nochmal gerufen wird oder so und dann halt wieder dahin muss okay also du hättest Interesse an einem zweiten Teil habe ich das richtig verschnitten ja ja geht mir genauso dann vielen Dank Josi bitteschön was ist schon vorbei oder was doch 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 Ooooh doch .